Tele-Stammtisch Wie mir die Konnichi insgesamt gefallen hat, das bekommt ihr raus, wenn ihr bei den Comic-Hookies reinhört. Da haben wir in einer der letzten Ausgaben ein großes Fazit gezogen, zusammen mit dem Patrick, der war dann nämlich auch da und wir haben einfach mal ein bisschen rumgeplaudert. Diese Aufnahmen hier in dieser Ausgabe des Tele-Stammtischs, die sind im Regelfall entstanden in der Artist Alley. Das heißt, ich bin da mit meinem Aufnahmegerät rumgelaufen und ihr hört, was ihr vielleicht auch nicht hören solltet. Denn da gab es natürlich eine ganze Menge, ja sagen wir mal, Störgeräusche, unfassbar viel Publikum, jede Menge Leute. Und ich habe jetzt hier an dieser Ausgabe mal versucht, das Ganze ein bisschen zu optimieren. Das heißt also, ihr kriegt jetzt hier eine Aufnahme, die durch eine Audio-KI gejagt worden ist. Audio-KIs haben im Gegensatz zu Bild-KIs keinen allzu schlechten Ruf. Ganz im Gegenteil, die sind oft sehr gut. Ihr kriegt hier was auf die Ohren, was man sich wirklich gut anhören kann. Aber natürlich von dem sonstigen Standard, den ihr beim Tele-Stammtisch gewohnt seid, ja einfach abweich. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß bei diesen 13 Gesprächen. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf allen relevanten Social-Media-Plattformen. Das sind in meinem Fall also Facebook, Twitter, Instagram und aktuell auch Blue Sky, wo ich inzwischen bin. Twitter, also AKX, werde ich demnächst wohl ja einfach raushauen. Das braucht kein Mensch mehr, glaube ich. Und freue mich drauf, von euch zu hören. Wie immer könnt ihr mich natürlich auch für eure Veranstaltung, für eure Comic-Veranstaltung buchen. Oder wenn ihr mal jemanden braucht, der euch dabei hilft, einen Podcast aufzusetzen, euren Podcast zu optimieren. All das sind Themen, für die ihr mich gerne mal anschreiben könnt. Ich mache das inzwischen recht häufig für verschiedene Kunden und freue mich auch drauf, von euch zu hören. Ich moderiere euch gern alles weg. Ich erkläre euch Podcasts. Ach ja, und wenn ihr wollt, dann sprecht mich gern an auf der Frankfurter Buchmesse. Dort werde ich sein am Mittwochnachmittag und den kompletten Freitag über. Ja, da ist der Typ mit dem Telestammtisch-Cabio unterwegs und es gibt Sticker vom Telestammtisch und zwar glitzernde. Glitzer-Sticker vom Telestammtisch. Was ganz Schöneres geben. Wir sind in Wiesbaden auf der Konichi. Die ist hier ganz neu in Wiesbaden. War vorher ganz woanders und deswegen ist das für mich aber auch der Grund gewesen, dieses Jahr hierher zu kommen. Und da Menschen zu sprechen, die haltet euch fest, Comics und Manga machen, kennt ihr ja. So ist es bei Mandy immer. Und ich habe diesmal hier auch eine junge Frau vor mir, die bei Ultraverse aktuell was veröffentlicht hat. Ich konnte es bereits komplett lesen. Im allerersten Band von Sharon78. Sie ist Künstlerin und hat schon gemeint, ihr gibt es durchaus zu tun auf der Konichi und ich würde mich freuen, wenn noch mehr auf sie zukommt. Also Leute, guckt euch mal genau an, was sie macht. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin Kim. Hallo Kim. Du machst Manga, oder? Ja. Erzähl mal, wie kam es dazu? Eher durch Zufall, mehr oder weniger. Mhm. Weil ganz früher wollte ich eigentlich Animator werden, Zeichentrickfilme und so. Auch wenn ich noch nicht wirklich verstanden habe, wie das eigentlich funktioniert. Ich glaube, da war ich vier oder so. Ah ja. Und irgendwann mal, das kam durch ein Spiel, Evil Twin von Ubisoft war das Spiel. Mhm. Und es war kein besonderes Spiel, aber das Design der Charaktere und die Welt hat mir einfach so gut gefallen, dass ich mir dachte, ich würde auch gerne mal was selbst erfinden gehen und auch visuell umsetzen. Und zufällig, dadurch, dass man halt auch Animes kannte und in der Nähe, wo ich gewohnt habe, so ein Comic, Manga und Magic the Gathering, so ein Laden war, habe ich dann erstmal festgestellt, die Verbindung zwischen Manga und Anime, weil ich wusste damals auch nicht, dass Sailor Moon eigentlich auf einem Manga basiert und dass das irgendwie dann überhaupt so zustande kommt. Und damals gab es ja auch schon diese Zeichelwettbewerbe, wo man irgendwie beim Verlacht näher kommen kann und es gab dann ja auch schon diese Deutschen, die auch im Mangas die Zeichnen, die schon eine Berühmtheit hatten, so Judith Park und so, die Namen, die ich jetzt natürlich alle vergessen habe, bis auf jeden Fall. Nein, aber dann dachte ich mir, ja okay, warum nicht, dann probiere ich es mal, weil für einen Comic oder beziehungsweise Manga, im Vergleich zum Comic, brauchst du ja nicht mal Farbe dafür, das ist auch sehr schön. Man kann allein eine Geschichte visualisieren und erzählen und es ist nicht so aufwendig, wie ein Animationsprojekt hoch aufzubauen. Ja, das ist auch in deinem Fall so, dass du es komplett ja auch alleine machst, das ist bei Manga gerade im deutschsprachigen Raum ja auch eher üblich, dass man sowohl quasi für die Story, für das ganze Szenario, als auch für das eigentliche Artwork noch zuständig ist. Du trittst auf unter dem Künstler dann Kamasaburo. Was bedeutet das? Wie kam es dazu? Den Namen habe ich aus Pompoko, dem Ghibli-Film. Meine damals, das war noch bei Carlson, ich wollte halt nicht unter meinem richtigen Namen veröffentlichen und habe, glaube ich, ich glaube davor dachte ich, ich würde einfach einen Namen nehmen, den ich schon online hatte. Das war aber ganz anderer. Und da war ich so ein bisschen unter Zeit, um mir einen neuen auszudenken. Zufällig habe ich dann den Anime Pompoko gesehen und dachte mir, Kamasaburo, der Name ist irgendwie schön, dann nehme ich halt den. Ich hätte ein bisschen länger darüber nachdenken sollen, was für Namen ich nehme, aber jetzt, ja. Ist ja gesetzt. Erzähl mal, du hast jetzt von Carlson erzählt, also deine Karriere in dem Bereich schon ein bisschen länger. Was ist denn bei Carlson erschienen? Willst du da noch drüber reden oder hast du das, ich stehe von gestern? Also allererst war es bei Ema, das ist schon ewig her. Und danach bei Carlson. Das Aktuellste, was ich bei Carlson gemacht habe, das war das Libri-Projekt, aber ah je. Ah je, okay. Nee, die alten Werke sind immer blöd, also rede ich nicht so gern drüber. Und jetzt kam es zum Wechsel zu Ultraverse, wie bist du denn da vorstellig geworden? Das lassen wir mich raten, Joachim. Eigentlich nicht, weil ich wollte ursprünglich Karron als Webcomic machen und mein Mann hat mir gesagt, ja, versuch es doch mal bei Ultraverse, die Zabos, die findest du doch so toll, die sind doch auch da, du kannst die ja mal fragen. Und dann, naja, okay, kann ja nicht schaden, wenn es nicht will, dann kann ich immer noch einen Webcomic machen. Und dann habe ich die Bandsabos angeschrieben, ob sie weiß, ob Ultraverse überhaupt noch irgendwie Zeichner annimmt aus Deutschland und ob sie irgendwie ein bestimmtes Genre bevorzugen. Weil das Einzige, was ich damals von Ultraverse kannte, war halt Goblinslay und diese ganzen Hisikai oder Schleim. Und deswegen dachte ich, die gucken eigentlich eher so nach einem bestimmten Genre work. Und da hat sie gesagt, oh nö, guck doch hier den Jo, da hast du seine E-Mail. Und dann habe ich den Jo angeschrieben und dann ist das so allmählich entstanden, dass ich dann mir Karron ausgedacht habe dafür. Und ich wusste damals nicht mal, also ich kannte Jo nicht, ich wusste nicht mal, dass er der Chef von Ultraverse ist. So, okay. Das war eine ziemliche Überraschung. Aber Ban dachte auch, ich würde Jo kennen. Ja, wer kennt Jo nicht? Ja, verstehe. Ja, die hat bestimmt nur sein Adresse verloren, er passt schon. Arme Ban. Ja, mega, ich habe also so viel Gutes schon gehört, auch vom Verlag selbst. Also es scheint ja auch eine ganz gute Stimmung zu herrschen innerhalb des Verlages. Wenn man so die ganzen Arzt mal sprechen hört, auch die Susan oder so zum Beispiel. Ich meine, die verlegen ja alle nur gute Worte über ihren Chef. Das ist super. Und jetzt ist da erschienen Karon, hast du gesagt, das wird gar nicht Sharon gesprochen, sondern Karon. 78, worum geht's? Was ist das? Ach Gott, die eigene Geschichte vorzustellen, das ist mal ein bisschen schwierig. Entweder man ist zu vage oder man spoilert alles. Ja. Also, ja. Wir sind in einer dystopischen, also ich würde mich schon mal schwer tun, damit es Dystopie zu nennen und auch von Zukunft zu reden. Und ich habe nachdem, das Ganze sind übrigens fünf Kapitel, die ich hier gelesen habe, nach dem ersten Kapitel gedacht, es geht in eine komplett andere Richtung. Ich habe nämlich erst gedacht, wir lernen ja den jungen Sharon 78 kennen. Das ist übrigens eine Nummer, weil es mehrere Karons gibt. Und er wäre, das wäre meine Interpretation des ersten Kapitels gewesen, eine Person, die Menschen zwischen Leben und Jenseits begleitet. Das wäre meine Interpretation gewesen, zumindest des ersten Kapitels. Aber zumindest die folgenden Kapitel führen mich auch in eine andere Richtung. Und es ist recht fantastisch und er ist Kämpfer und er ist auf jeden Fall voll krass. Aber wir wissen gar nicht so genau, wie er eigentlich aussieht. Da steckt also eine Menge drin. Was würdest du sagen, habe ich noch vergessen? Es ist interessant, dass du diesen Eindruck hattest, weil Karon, ich weiß ja nicht, woher, du weißt, woher der Name? Nein. Das ist der Fährmann aus der griechischen Mythologie, der die Seelen über den Sticks bringt, ja. Da gibt es Sticks, genau, okay, da würde es, ja, verstehe, ja. Genau. Weil ich habe die, der River, äh, der River, jetzt will ich schon weg, der Fluss, der Sticks, der ist ja eigentlich ein Teil von einem größeren Fluss, dem Acheron. Und da, ich glaube, fünf Flüsse fließen, da reinigen, ich nahm mich jetzt gerade nicht alle hinkriegen, aber die ganzen Abschnitte von diesem, weil ich habe das Gebiet Acheron genannt und die Abschnitte habe ich auch noch diese Flüsse, das gibt doch einen Sticks-Abschnitt. Ja, das ist von dieser Sticks-Mythologie abgeleitet. Naja, also die Ursprung ist die Idee, ich wollte halt etwas Simples, also simpel halten, weil Großkamm und Späte immer noch werden. Aber okay, von A nach B, eine Geschichte, hä? Und Roadtrippen. Ja, so eine Art Roadtrip. Also, die einfachste, die einfachste Storyline, Person muss von A nach B, das war so der Anfang. Und daraus ist dann irgendwann, ah, die Leute, eine bestimmte Gruppe von Leuten, die andere Leute durch irgendwas führen von A nach B und dadurch bin ich auf diese Schlucht gekommen, durch die Musik. Und ich hatte anfangs auch noch nicht den Namen, Karin, dafür, zuerst als Platzhalter habe ich, habe ich Guide genommen. Okay. Und na, wie übersetze ich den Guide? So, ja, ein Führer, aber Führer 78 wäre ein bisschen. Stimmig. Und deswegen bin ich es dann irgendwann mal, weil ich das auch so ein bisschen mystisch anhauchen wollte und auch ein bisschen mit diesen Leben und Tod, äh, äh. Aspekten. Ja, die Aspekte, wie sagt man, sinnbildlich, auch ein bisschen Spiele in der Geschichte, da hat Karin eigentlich besser gepasst. Und deswegen habe ich die dann am Ende diese Gruppie von Karin genannt. Und der erste Band ist erschienen, wir erleben ja letztlich verschiedene Abenteuer und lernen ganz viele Charaktere kennen. Es geht auch ein bisschen, vermutlich im Laufe der nächsten Bände, auch ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, also um die Welt, das Worldbuilding. Wer sind diese ganzen Charons? Warum gibt es da eine Nummer eins, die scheinbar was zu sagen hat und alle anderen eher weniger? Gehe ich zurecht in der Annahme, dass in deinem Kopf die Welt schon ganz ausgebaut und komplex ist und dass da alles schon quasi steht? Ja, ich finde es halt schön, was mich bei anderen Geschichten ein bisschen anstrengend ist, wenn ich halt sofort irgendwo reingeschmissen werde. Ah, hier übrigens sind die 20 Charaktere und wir sind übrigens hier in diesem riesigen Ding, was zu dem hier gehört. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss zu Beginn der Geschichte Hausaufgaben machen, damit ich mir das alles merken kann. Aber ich mag es viel lieber, wenn man, wie bei einem Spiel, wie bei, jetzt ein aktuelles Beispiel, wo ich es gerade spiele, Zelda, Tears of the End, weil du entdeckst halt die Map halt auch immer nach und nach, weil in keinem Spiel hast du die ganze Map hier, da, nimm und du kannst gleich zum Boss gehen, passt schon. Gib ihm. Weil du erkundest halt alles nach und nach und das wollte ich bei Karon dann auch machen. Und auch damit ich, bevor ich halt so viel andeute zu Beginn und am Ende läuft es halt schlecht und die Serie wird gecancelt und ich kann da nicht alles auserzählen, dass ich dann halt mich rantaste und dann kann ich sie jederzeit beenden, falls es dann beendet werden muss. Zum Artwork, da gibt es zwei Sachen, die sind mir echt aufgefallen. Also sehr positiv fand ich zum Beispiel, dass du, ich sehe selten so viele verschiedene Perspektiven. Also ich finde das so krass, ich meine, vielleicht bin ich ja einfach nicht der geübte Manga-Lese in dem Fall, weil ich eher so aus diesem, sag ich mal, Graphic-Level-Bereich auch so komme. Aber was ich hier perspektivisch sehe, auch allein Blickwinkel auf Figuren, wie die agieren, auch natürlich das Spiel mit Licht und Schatten, was ja auch ein ganz wichtiges ist, auch in der Welt und so. Hast du dich da besonders mit diesem Thema perspektivisches Erzählen auseinandergesetzt oder ist es einfach was, was dir liegt? Eigentlich nicht wirklich. Du meinst Perspektive wie, äh, Ob, von links, optische Perspektive, optische Perspektive. Ja, äh, das Ding ist, ähm, ich kenne es doch von ganz früher, wo man angefangen hat, mit Comics waren auch mit Freunden oder, äh, dann späteren Kollegen, wo man dachte, Oh, jedes Panel muss interessant aussehen und ich mache jetzt hier von unten und dann mal da von oben und dann von links und rechts. Aber das ist halt grausig und, äh, man kann dir Sachen nicht folgen und an sowas denke ich eigentlich gar nicht. Ich wäre so, sich drauf zu fokussieren, dass ein Panel irgendwie cool und abwechslungsreich aussehen muss, das ist halt nicht der Fokus. Der Fokus ist halt das Staging. Zum Beispiel, wenn du halt einen Dialog hast oder irgendwelche Szenen, dann ist es gut. Du musst dir eine Bühne vorstellen und die in diese Richtung ist halt nach links, rechts nach links. Das heißt, die meisten Bewegungsrichtungen gehen nach links und wenn ich eine Dialog oder eine Action-Szene habe, dann sehe ich zu, dass zum Beispiel 78 eher auf der linken Seite von dieser Szene ist und der Antagonist auf der rechten. Und dass ich das dann, äh, einhaltig halte. Und da auf dieser Basis kann man dann halt mit diesen Perspektiven spielen, dass man keinen Achsensprung reinkriegt, wie beim Film halt. Ja, derartisch, ja. Das hilft, ähm, dass man auch, wenn man Perspektivenwechsel macht, damit du halt nur nicht diese Talking Heads hast und dann, ob du eine Action-Szene besser planen kannst, dass du dann nicht aus dem Flow rauskommst und dann nicht mehr weißt, wo die Figuren stehen. Also so, äh, sowas fokussiere ich mich eher. Die erste Staging festlegen und dann gucken, passt eine Perspektive? Und wenn ja, und wenn es auch zur Szene passt, dann, da kommt's rein. Und wenn nicht, dann lass ich's simpel. Okay, also du gehst nicht konkret an die, ich will jetzt hier eine schöne Perspektive machen, äh, Perspektive an, sondern du willst quasi die Geschichte runterzählen mit den von dir genannten Aspekten und ein Outcome davon ist halt, dass natürlich da auch eine gewisse Abwechslung einfach auch entsteht. Das Wichtigste ist einfach die Readability. Also, dass du folgen kannst. Mhm. Der, dass du das visuell folgen kannst, dass du nicht erst eine Erklärung lesen musst. Ja. Zu verstehen, was passiert. Also, ich find das wichtig. Es gibt bestimmt Leute, die kommen, aber das ist damit klar, aber das ist so meine, ähm, meine Basic, worauf ich meine Seite aufbaue. Verstehe. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die gibt's nämlich gelegentlich, und zwar, dass wir, ich weiß gar nicht, wie üblich das ist, dass wir innerhalb der Sprechblase nicht nur quasi den eigentlichen Text sehen, sondern wir sehen auch so eine Art Ergänzung. Die Lüft, äh, die Schrift ist dann leicht schief und kleiner, oft noch in derselben Sprechblase drin. Und es könnten, wieso, also wirkt es wie so ein PS, wie so nachgeschobene Gedankengänge oder Sätze, die noch gesagt wurden, die vielleicht leiser gesagt werden, ich weiß es nicht genau. Was war dein Ansatz, wie kam's dazu? Ja, das sind halt so Sachen, die man, diese so in den Bart reinwurmeln, aber ich hab's schon bei anderen Mangas schon auch gesehen, auch bei Berserk zum Beispiel, gibt's das ziemlich häufig, ich mag dieses kleine Extra, das hat so ein bisschen mehr, das baut so ein bisschen mehr Sympathien, wird das Gesprochene rein. Ja, cool. Also ich weiß, es gibt den ganzen Tag wirklich irgendwie, ja, es ist ein Bensschild mehr, keine Ahnung, ja, es funktioniert auf jeden Fall, ich hab's gemocht. Mensch, wir sind ja auf der Konichi, warst du früher mal auf der Konichi, also in der alten Lage in Kassel oder kennst du dich gerne? Das ist Jahre her. Ja. Ich glaub, das letzte Mal, boah, war ich mal mit Katzen da, glaube ich, werde ich's grad nicht mit was anderem verwechseln und ganz, ganz früher, wo ich noch nicht selbst gezeichnet bin. Ich glaub, die Konichi war einer der ersten größeren Konz, wo ich hingegangen bin. Und ich kannte auch noch die Dokomi, wo sie noch in der Schule stattgefunden hat. Ja, okay. Das war, ja. Wenn du mal so ein bisschen vergleichen möchtest, ich weiß gar nicht, ob man das hoffentlich sagen darf, aber weißt du, von diesen von dir genannten Veranstaltungen, Dokomi, ist ja auch riesig, fällt der besten. Ich mag die Dokomi am liebsten. Einfach, weil? Naja, also allein schon die ganzen Zeichner, die dann da sind. Und die Dokomi ist so fokussiert drauf, dass sie halt auch die Zeichner auch so viele wie möglich gut präsentieren können. Klar, es gibt halt immer noch Probleme mit Sichtbarkeit und so, weil irgendwie muss man die auch runterkriegen, aber irgendwo gibt's dann auch Grenzen. Aber ich find, die Dokomi von allen Konz hat da eher den Fokus drauf und gibt sich auch nö, dass sie es gut hinkriegt. Und die Leute sind nett und die haben jetzt auch einen eigenen, ich kann von keiner anderen kommen, dass die einen Discord haben, wo du Feedback bekommst oder dann aktuelle Infos. Also die geben sich echt Mühe, dass da die Zeichner-Community, wie auch die Fanbase halt gut bedient und beraten werden. Also ich hab nichts als Lob für die Dokomi. Toll. Ja, und so Discord fängt jetzt, glaube ich, die Leipziger Buchmesser fängt jetzt auch damit an zum Beispiel. Ich glaub, die haben das vielleicht abgeguckt oder sowas. Aber das scheint tatsächlich sehr interessant sein, Wolf, das so oft du hörst, auch von Artists, dass da eben so dieser Austausch gar nicht so da wäre. Schön zu hören, dass der Dokomi das anders macht. Ja Mensch, Kim, dann danke ich dir auch schon für unser Gespräch, für die Vorstellung von deinem aktuellen Werk und ich wünsche dir vor allem noch viel Spaß und Erfolg hier auf der Konichi und natürlich mit dem Verkauf und mit deinem ersten Werk. Wann kommt der zweite? Wann können wir mit Band 2 von Charon78 rechnen? Es gibt schon die dritte Band und ich bin grad vier. Oh, cool. Okay, cool. Mega, dann danke ich dir vielmals und frohes Schatten noch. Ciao. Ja, äh, ciao und ich hoffe, ich hab dich zu viel Blödsinn erzählt. Das zweite Gespräch des heutigen Tages, das widmet sich dem neuesten heißen Scheiß, denn ich hab gehört, es kitzelt auch gar nicht so lange und es sieht total ansprechend aus. Ich hab drei nette Menschen vor mir stehen und die bringen einen Mann war raus. Mann war raus, ich krieg das auf jeden Fall nochmal hin im Laufe des Tages richtig auszusprechen. Es ist der allererste, aber die Ankündigung für den Rest des Portfolios des Nigel Nagel neuen Verlags haben sie auch schon mit dabei. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Ich bin die Lisa. Ich bin Sihan. Ich bin die Tina. Und was macht ihr hier so? Ja, also wir haben einen ganz neuen Verlag gegründet. Uns gibt's seit Januar und wir haben unseren Fokus nur auf chinesische Mangua. Das heißt, das sind Manga, aber aus China und in Vollfarbe. Das Vollfarbeding ist das ein besonderer Aspekt, den ihr jetzt in eurem Verlag, wo ihr einen Schwerpunkt drauflegt oder ist es bei allen Mann war so? Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt auch ganz typisch Schwarz-Weiß. Wir fokussieren uns aber eher auf die Webtoons, das heißt die, die es online gibt und die gibt es meist nur in Farbe. Das heißt, ihr habt vor allem auch die Webtoon-Plattform als akquirierende Plattform im Blick oder kommt ihr auf ganz unterschiedliche Art und Weisen an die Mangua ran? Nee, also wir haben den Fokus wirklich nur auf Webtoon, also nur online. Aber es gibt diese große, also Webtoon die Plattform und es gibt ja, Webtoon ist aber auch Kategoriebegriff für Leute, die es ganz woanders veröffentlichen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein chinesischer Artist wäre und würde zu euch kommen wollen, muss ich vorher auf Webtoon gewesen sein oder kann ich euch direkt ansprechen? Also unsere Plattformen sind nicht Webtoon, sondern das ist auch der Überbegriff und die Plattformen sind komplett verstreut. Also alle Lizenzen, die wir da haben, sind auf immer von jeweils einer anderen Plattform. Und ja, die Künstler können uns auch direkt ansprechen. Das ist jetzt auch schon passiert. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr, weil gerade durch die chinesischen Plattformen gibt es natürlich Zensur und da haben wir in Deutschland die Möglichkeit, das Ganze ohne Zensur zu veröffentlichen. Ja, mega. Und das erste Buch ist auch erschienen, ihr habt es mit. Erzähl mal, wie heißt es, worum geht es? Ja, gut. Das ist die Stadt der Freude und unser allererster Titel. Und ja, das geht um, das ist ein Beuslauf oder auf Chinesisch heißt es Damei. Und ja, das ist ein bisschen ähnlich wie Chiglilo in dem Abenteuerland. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe, aber ja, das ist einfach ein Mittelschüler hat auf eine falsche Bahn eingestiegen und hat in ein Zauberland oder so ein Gottesland gelandet. Und zwar, es ist eine Stadt, die die Stadt der Freude heißt. Und ja, dann läuft die und am Anfang hat er gedacht, dass das ist ein schöner Stadt, aber langsam hat er gefunden, okay, es gibt auch eine dunkle Seite von der Stadt. So läuft es ungefähr. Das ist jetzt der erste Band, das heißt, es gibt vermutlich noch Folgebände, richtig? Ja. Und kommen die auch bei euch? Und wenn ja, wann? Ja, also der zweite Band wird dann im November kommen. Und ja, eine Special Edition ist noch dabei und ja, mit dieser Holzständi. Und ja, hast du jetzt... Ja, mega. Und ihr habt aber auch schon andere Sachen angekündigt. Da habe ich diese Postkarten vor mir liegen. Erzähl mal, was kommt denn da drauf uns zu? Ja, also, ja, zuerst das hier ist die Don the Tinguish und das ist eine Romance oder eher so ein bisschen Geschichte-fokussierte Manfa. Und es erzählt die, also es geht um Schulmobbing und zwar, die Protagonistin ist eine Mädchen, die Magie lernen möchte, aber sie ist super untalentiert bei Magie. Deswegen wird die Protagonistin von den anderen Schülern gemobbt. Und ja, aber sie ist super stark und sie zieht das durch und sie kämpft mit den anderen Leuten dagegen. Und ja, ich persönlich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und es gibt noch die Dämonenbar. Die Dämonenbar ist quasi eine Genre, die wir hier etablieren möchten. Und zwar, das heißt Zhiyu. Zhiyu heißt Heilung auf Deutsch. Und zwar, ja, das ist quasi eine süße Geschichte und mit vielen Legenden aus China und alten Legenden aus China. Es gibt zum Beispiel Fuchsdämonen in dem Titel. Und ja, es passiert etwas herzwärmende Geschichte in diesem Titel. Und es ist auch ein super Land und die Geschichte ist wirklich eine sehr riesige Einzelheiten, würde ich sagen. Und ich persönlich finde schon, dass dieser Titel ist schon sehr spannend. Und der wird, die wird im nächsten Jahr Frühling aufkommen. Bei die Dämonenbar kann man auch noch erwähnen, dass das Genre könnte dem einen oder anderen bekannt sein. Das nennt sich in deutschen Heilung und das gibt es im japanischen auch. Und es hat sehr viel mit Geistern zu tun, sehr viel mit Yokai, hat sehr viel mit Geschichte zu tun. Und es ist aber immer eine sehr positive Geschichte. Also es ist so eine richtige Feel-Good-Story. Und dazu gibt es auch ein Sea-Drama. Also für die, die ganz tief in dem Chinesischen mit drin sind, die werden das auch garantiert kennen. Also ein bisschen Mental Health. Einfach auch mal rauskommen, mal einfach positive Dinge erleben. Das sind so die Ansätze zu sein. Ja, exakt. Also wir wollen den Leuten ja auch was Schönes bieten und auch was anderes. Wir planen in der Zukunft auf ganz verschiedene. Also jetzt aktuell haben wir ja Romance, wir haben Boys Love, wir haben einmal Heilung. Und wir planen in der Zukunft aber auch Sachen, die hier, oder die ich persönlich als Leser immer sehr vermisst habe. Ich bin ein ganz großer Seinen-Fan, wo ich gesagt habe, ich möchte da auch chinesische Werke. Und wir haben da einen ganz, ganz tollen, der würde in China niemals gedruckt werden, weil er auch sehr kritisch ist. Ich kann es, darf ich ein kleines bisschen anschreiben? Ja, ja, mach. Okay, und zwar in China herrscht immer noch die Todesstrafe. Und in diesem Seinen werden quasi die Geschichten von diesen Insassen erzählt. Der Hauptprotagonist ist der Koch und der kocht das allerletzte Abendmahl für diese Insassen kurz vor ihrer Todesstrafe. Und man bekommt quasi die gesamte Geschichte von diesen Leuten erzählt, was sie getan haben, wieso, weshalb, warum. Und es zeigt verschiedene Perspektiven und darauf freue ich mich persönlich sehr, weil es ist keine leichte Kost. Es ist sehr kritisch und das finde ich sehr, sehr toll, dass wir da die Möglichkeit haben, auch mal so einen kleinen, so einen Spatentitel aufbringen zu können. Das klingt vor allem auch ganz anders als Dinge, die ich, sag ich mal so, im deutschen Manga-Mainstream sonst so gesehen habe. Finde ich sehr ansprechend, sehr interessant. Vielleicht noch gerade zum Schluss unseres Gesprächs. Ihr habt gemeint, ihr seid ja relativ fresh noch, aber es gibt noch nicht so lange. Wie sind eure Eindrücke von der Konichi? Wie reagiert vor allem auch, vielleicht auch unabhängig von der Konichi, das Publikum bis jetzt auf euch? Wie sieht es aus mit Feedback? Wie kann man euch erreichen? Also das Feedback ist bisher absolut positiv. Wir haben aber auch gemerkt, dass die Leute, die an unseren Stand kommen, die kennen uns schon. Die haben auch gesagt, ich bin hier nur wegen euch, was uns natürlich wahnsinnig freut. Wir hoffen aber auch, dass noch ein paar Leute mehr auf uns aufmerksam werden und dass die Leute sich auch einfach an die Titel getrauen. Ich habe es gemerkt, viele haben so ein bisschen Scheu, weil Chinesisch, Vollfarbe, verstehe ich voll. Aber vielleicht kann man sich ja online mal die Leseprobe durchlesen und gucken, ob es einem gefällt. Und wir sind überall erreichbar auf Social Media, auf unserer Website oder jetzt eben auch auf der Konichi. Fantastisch, dann danke ich euch vielmals für das nette Gespräch und wünsche euch noch weiterhin wahnsinnig viel Erfolg. Denn, liebes Publikum, ihr habt gemerkt, da ist viel Interessantes drin. Und ob das so geil ist, wie es klingt, das müsst ihr selber rauskriegen. Also kauft halt einfach mal so ein Buch. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke schön. Unser jetziges Gespräch findet wieder mit einem Verlag statt. Und ich bin hier an dem Stand, deswegen auch die ganzen Hintergrundgeräusche. Und nicht wie ihr es gewohnt seid, ein bisschen leiser. Aber trotzdem wollte ich unbedingt drüber reden, denn vor mir liegt eine Hauswahl an Manga, die wir so in der Form teilweise erstmalig gedruckt sehen, wie ich gerade erfahren habe. Denn sie stammen ausschließlich als quasi Web-Tool aus dem Internet. Und hier ist ganz viel tolles Zeug dabei, über das wir uns vielleicht auch mal handwerklich unterhalten müssen. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin der Michael von Paper Toons. Hi Michael. Sag mal, Paper Toons, vielleicht mal ganz kurze Einführung. Seit wann gibt es euch? Was zeichnet euch aus? Es gibt uns seit letztem Jahr, aber die ersten Bücher kamen erst im Januar, jetzt 2024, also ganz frisch raus. Und was zeichnet uns aus, dass wir ausschließlich Web-Tools im weitesten Sinn machen. Koreanische, chinesische, in Zukunft auch weltweite, aber halt immer in Farbe und eben auch digital aus Netz. Aber wir bringen die im Print. Teilweise, wie du gerade schon schön vorangekündigt hast, so zum ersten Mal weltweit. Manche davon gibt es wirklich im Moment nur bei uns im Print, auf Deutsch. Und wenn du sagst Web-Tools, das ist ja sowohl quasi ein Begriff für die Gattung quasi, als auch eine Plattform. Ist die Quelle quasi, Horror Comics, auch diese Plattform oder allgemein Web-Tools? Nee, es ist, also die Sache ist ja die, weil eben Web-Tools, die Plattform, so die größte und bekannteste ist, ist es wie mit Tempo-Taschentüchern oder so. Das ist halt alles ein Web-Tool, aber die Plattform, von den Plattformen her kommen wir auch von verschiedenen. Wir haben auch schon welche, die auf Web-Tools laufen, wie der Advanced Play of the Tutorial Tower oder Willen to Kill. Oder auch, also, na ach ja, bin ich gar nicht Kassier, muss ich ehrlich zugeben. Aber egal, ja, wir haben auch von Web-Tools, aber wir haben auch andere Web-Tools. Okay, alles klar. Dann lasse ich trotzdem nochmal eine Frage kurz reinschieben. Denn wir Web-Tools-Fans haben vor kurzem erfahren, dass die deutsche Niederlassung Web-Tools, also von jetzt auf gleich einfach aufgelöst worden ist. Hast du deine Meinung zu, wie geht es dir damit als Verleger? Ich glaube, das hat auf uns gar nicht so super krass viel Einfluss, wenn dann eher positiv, weil es da heißt, die deutschen Varianten kriegt man dann doch wieder eher bei uns. Es wundert mich auch nur bedingt, weil Deutschland halt einfach immer noch kein richtiger Digitalmarkt ist. Das ist ja der Grund, warum wir hier stehen und das ganze Zeug drucken, obwohl man zum Beispiel den Advanced Play of the Tutorial Tower komplett umsonst auf Web-Tools lesen kann. Wir verkaufen den trotzdem sehr gut, weil ihr halt hier Sammler seid, Fans, nennst du, wie du willst. Und der Deutsche an sich ja auch einfach ein Buchleser ist im haptischen Sinn. Und deswegen wundert es mich gar nicht so krass. Die haben sich halt was ganz anderes erwartet, denke ich mal. Und wie es halt mit großen Konzernen ist, viel Geld reingeworfen und dann halt festgestellt, okay, in Deutschland rennen die uns nicht die Bude ein mit Digital-Releases. Ich denke, daran liegt das ein bisschen. Wir haben es mitbekommen. Es ist schade, es ist trotzdem schade, weil es ist ja auch für die Leute, die gern digital lesen, die es ja gibt, blöd. Aber es gibt halt nicht so richtig viel Spielraum für deutsche Web-Comics, weil die meisten ja dann doch auch irgendwie Englisch können. Also liest man halt auf webtoon.com. Mich wundert es nur bedingt. Das heißt, ihr wart letztlich gezwungen, eine Marktlücke zu schließen, die es scheinbar offensichtlich gab. Bist du selbst auch so Digitalleser? War das Grund für dich, dann da auch irgendwas zu sehen? Oder hast du wirklich einfach diese Lücke gesehen, die aus deinem Empfinden heraus geschlossen werden musste? Genau. Also es kommt eher von der Lücke her. Wir haben ja gesehen, Ultraverse macht ja schon seit einer Weile Web-Tonen. Und das sieht man ja, die laufen gut, die funktionieren gut. Und daher kommt es, und weil die Geschichten gut sind, die Geschichten finde ich schon cool, aber ich lese die selber lieber dann in dem Moment, wo wir sie im Print haben. Also ich lese auch digital, ich lese auch manchmal Manga digital, aber auch ich bin da dann deutsch, im Print liest es sich irgendwie angenehmer. Und deswegen geben wir uns ja, wie gesagt, auch echt Mühe mit den Layouts, dass die halt auch Spaß machen zu lesen. Das ist schon ein guter Punkt. Bevor wir jetzt nämlich auch mal stichprobenweise uns natürlich mal das Portfolio anschauen wollen, dann noch einmal kurz zum Thema Layout. Das wir im Fortgespräch schon mal kurz hatten. Ich stelle mir das ja herausfordernd vor, natürlich auch für ein ganz anderes Medium, konstruierte Comics, letztlich in einer gedruckten Form eben auch zu Layouten. Was für Herausforderungen gibt es da? Vielleicht kannst du da mal so zwei, drei Punkte nennen. Oh, die Herausforderungen sind eigentlich sogar ziemlich, ziemlich groß, weil man halt wirklich das Material, was man bekommt, ist natürlich zum Glück komplett digital. Oft auch auf Ebenen, das macht es dann wiederum einfacher. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass man eben diese Strips von der Webtoon-Plattform bekommt und halt einfach alles erstmal ausschneiden muss. Manchmal nicht ausschneiden, aber halt verteilen muss, auf die Seiten verteilen muss. Man weiß nie genau, wie viele Seiten werden in einem Band sein, wie viele Kapitel passen rein, wie viele Bände. Wir haben manchmal jetzt gerade erst wieder aktuell den Fall, dass wir in einer Reihe ein Band mehr jetzt nachankundigen mussten, weil es einfach nicht gepasst hat am Ende, dann doch nicht. Und dann ist es halt super viel Arbeit. Also schöne Layouts zu machen mit wenig Weißflächen, die cool aussehen, dynamisch sind, sind wirklich viel Handwerksarbeit und es kostet auch viel Geld wie Zeit. Also es ist nicht mit Manga vergleichbar an der Front. Wenn man Layouts übernimmt, ja, dann ist es wie Manga. Man macht halt den deutschen Text rein. Wenn man die baut, ist es sehr, sehr viel Arbeit. Und auch natürlich komplett koloriert, zumindest das, was ich jetzt schon stichprobenweise gesehen habe, was euch natürlich auch abhebt von einem gewissen Rahmen von anderen Verlagen, die eine ähnliche Auswahl an Inhalten haben. Wie sieht es aus? Kommen relativ hoch? Kommen Leute auf euch zu und sagen, oh, den habe ich online gelesen, jetzt will ich ihn aber auch nochmal kaufen? Eigentlich konstant und grundsätzlich. Also Webton-Fans, die sind jetzt schon Webton-Fans. Es gibt natürlich auch viele, die dann Erstkontakt hier haben oder die von Manga kommen. Aber es gibt auch schon genug Webton-Fans. Und da kommen auch Leute, die laufen hier durch, sind immer ganz stolz, sagen, den habe ich gelesen, den habe ich gelesen. Dann warte ich immer und frage mich. Und jetzt heißt es dann, okay, tschüss, ich wollte nur sagen, ich habe die alle gelesen, das ist cool. Ja, die will ich alle haben. Und dann fangen sie an, sie stapeln zu. Ja, also wirklich, es wird gekauft dann für die Sammlung, weil das, was dann geliebt wird, wird auch gekauft. Und das macht ja die deutschen Fans und Leser eigentlich schon immer aus in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und das ist cool. Also ja, die sind oft schon bekannt, aber werden trotzdem noch gekauft. Verstehe ich auch so ein bisschen diesen Boom, den wir alle wahrnehmen. Und es freut mich auch total, dass ihr dann in diese Zeit auch reingepasst habt. Und vielleicht kannst du dann einfach mal so ein, zwei, drei Serien rausgreifen, die du uns mal kurz vorstellen möchtest, anreißen. Und was so das Besondere für dich an dieser Reihe ist. Okay, ich versuche es. Unser erster Webtoon, den wir jemals rausgebracht haben, ist der Advanced Player of the Tutorial Tower. Ja klar, er geht ein bisschen in die Solo-Leveling-Schiene, auch wenn ich finde, dass er vieles anders macht. Er ist ein bisschen witziger. Er hat schon ein bisschen anderes Worldbuilding. Aber klar, das ist grundsätzlich dieselbe Thematik. Wir sagen immer, der ist ein Mix aus Solo-Leveling und One-Punch-Man. Und das trifft es auch ganz gut. Der hat ein bisschen den Humor von One-Punch-Man, so ein Overpowered-Held. Der auch nie wirklich Bock hat aufs Kämpfen, aber irgendwie trotzdem immer in die Kämpfe reinrutscht. Und das ist auch auf Webtoon eigentlich ein recht bekannter. Und der ist als Einstieg schon ziemlich cool, weil witzig, interessant und Action. Unser ganz neuer und auch so ein bisschen unser Stolz, weil wir da, wie gesagt, super coole Layouts gemacht haben, ist Villain to Kill. Ist auch von Webtoon und auch da recht bekannt schon. Das ist so, er hat diese Webtoon-Tropen mit Gaming, Gamification, mit so Statusbildschirm, wie man es so kennt. Also so Isekai oder Gaming-Manga und auch Webtoons. Er hat aber dann eher so eine Superhelden-Thematik. Also so Villains gegen Psy-Kreisen, die haben am Ende die Superhelden. Jeder hat eine spezielle Fähigkeit, spezielle Stats. Und dann ist es so eine coole, so ein bisschen auch wieder, wie der Geburt ist halt in den Webtoons oft drin. Ist hier bei dem Villain to Kill auch. Der wird getötet durch eine Intrige. Also ist eigentlich ein Held, wacht aber im Körper eines Bösewichts da wieder auf. Will aber natürlich nicht böse sein. Und so hat man dann halt immer, wie es halt immer so ist. Und dann halt super coole Outworks, coole Action und echt spannend. So ein bisschen My Hero Academia, wegen der Thematik natürlich. Und halt viel Webtoon. Natürlich ist How to Use a Returner auch cool, aber ich soll ja ein paar rauspicken. Deswegen gehe ich rüber zu den Romance, Fantasy, Wiedergeburtsgeschichten. Und da ist gerade unser ganz aktueller, der kommt erst im September, aber den haben wir hier auf der Messe schon dabei, ist Estelle, der Morgenstern von Erscha. Das ist schwer zusammenzufassen, aber das sind praktisch zwei verfeindete Königreiche. Und sie ist praktisch die Lady, also eine Ritterin im Ein-Kaiserreich und wird dann auch durch eine Intrige. Also Webtoons haben oft sehr ähnliche Story-Premissen, die dann aber halt in ganz andere Richtungen weitergearbeitet werden. Also sie wird auch getötet, stirbt und wacht dann praktisch als nicht mehr Ritterin, sondern eher als Lady, als Hoflady im Hof des anderen Königreichs, also ihrer Feinde auf. Und ist dann in den Körper gefangen und muss halt irgendwie, sie ist eigentlich eine Kämpferin, ist aber jetzt auf einmal eine Lady. Bisschen Romance rutscht dann auch noch mit rein. Also auch super cool. Also ist praktisch für alle, die schon mit Arya und die goldene Sandor der Zeit, der daneben liegt, seht ihr nicht, aber egal, auch schon Spaß hatten. Das sind einfach diese historisch-Fantasy-Wiedergeburtsgeschichten, Rache-Geschichten, oft ein bisschen Romance ist auch immer drin. Also für Leute, die das mögen, die wissen auch, von was ich spreche, sehr cool. Aber auch für jeden, der es noch nicht kennt, kann man es sich mal anschauen und hat sehr schöne Outlooks. Sind sie auch alle koreanischen Ursprungs-Tendenziell oder kann man das so gar nicht sagen? Wir haben 98% koreanisch, wir haben zwei chinesische, aber Webtoon in dem Sinn, die man war, sind schon die koreanischen 80%. Wobei es auch sauviel chinesisches gibt, aber die bekannteren sind oft die koreanischen. Ich gehe mal noch zu den Boys Loves, weil, da haben wir Augen. Jetzt ganz neu haben wir Oroboros dabei. Der ist so ein bisschen darker, so ein ganz kleines bisschen Killing-Stalking, aber nicht ganz so hart. Aber schon so ein 18er-Titel mit natürlich viel Spice und viel, auch so ein bisschen Einsperr und so. Also das ist ganz cool. Noch beliebter oder einer von unseren Hits im Moment ist Kirschbühel nach dem Winter, werden sehr viele schon kennen. Der hatte ein sehr beliebtes K-Drama, das dann auch zeitweise auf Netflix lief. Und das ist so unser Boys Love Hit auf jeden Fall. Der ist auch super schöne Outworks, er ist sehr cute, er hat später aber dann auch genug Sex für alle, die das gern haben. Und ja, es gibt wenig Leute, die den nicht toll finden. Das ist mal so die Kurzvariante, aber wer mehr wissen will, muss einfach mal online schauen. Man kann alles sich anchecken. Überhaupt gar kein Problem, denn alle relevanten Links zugeben eurem Verlag findet ihr immer in den Shownotes. Keine Sorge, ich werde es verlinken. Eine letzte Frage. Beim Durchblätter ist mir aufgefallen, dass ihr euch für die westliche Lesereihenfolge entschieden habt. Warum? Weil das eigentlich für... Ja, sie kommen ja aus... Also sie haben ja eigentlich gar keine Lesereihenfolge in ihrer Hochsprünglichen Form, nur von oben nach unten. Und die sind auch nicht wie Manga so auf links gezeichnet. Also da war einfach der naheliegende Weg war die westliche Leserichtung. Wahrscheinlich hätte man sie auch rückwärts layouten können. Das ist eine verdammt interessante Frage. War aber nicht nötig. Und dann macht man es halt für Deutschland und halt für den westlichen Markt einfach so, wie man es kennt. Soweit ich weiß, haben die koreanischen Varianten sind auch normale Lesere. Liegt aber auch daran, dass die Koreaner halt auch normal lesen. Eigentlich ist das die richtigere Antwort. Die Koreaner lesen halt einfach nicht wie die Japaner rückwärts. So, genau. Ja, von der schon der Pendelaufbauung einfach tendenziell ist einer nicht mehr entkennt. Ja, Mensch, dann danke dir vielmals für das Gespräch. Wir wünschen auch weiterhin viel Erfolg mit euch mit Webbertoons. Und dir viel Spaß und euch allen da draußen auch viel Spaß mit unseren Büchern vielleicht oder mit anderen. Ciao. Der zweite Tag auf der Konnichi in Wiesbaden hat für mich gerade begonnen. Und ich habe mir gedacht, wir unterhalten uns halt über Manga. Und deswegen bin ich zu einer Dame gegangen, die bei Karsen Manga unterwegs ist. Sie ist dort Redakteurin, habe ich gestern erfahren. Und volles Rohr im Portfolio von Karsen Manga. Und da dachte ich mir, da müssen wir unbedingt mal drüber sprechen. Schauen uns ein paar aktuelle Titel an. Und vielleicht kannst du ja auch einfach sich erst mal selbst vorstellen. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, ich bin Lisa. Ja, ich bin Redakteurin bei Karsen Manga. Ich betreue unter anderem Titel wie One Piece, Smashel, Rental Girlfriend und noch so einige mehr. Sagt, wann bist du bei Karsen? Bei Karsen direkt bin ich so knapp über zweieinhalb Jahre in der Redaktion tatsächlich noch ganz frisch erst diesen Sommer eingestiegen. Ich war vorher im Vertrieb und habe jetzt gewechselt. Sehr cool. Ihr habt ja bei euch bei Karsen Manga explizit auch krass die Titel. Also wirklich so Monster-Seller, die vermutlich jeder kennt, auch Personen, die jetzt nicht unbedingt so richtig hundertprozentig in der Manga-Szene drin sind. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal so drei, vier Worte verlieren. Was ist denn so der Schwerpunkt von Karsen Manga? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ihr habt so was, irgendeine besondere Form von Alleinstellungsmerkmal oder sind es konkrete Reihen und Titel? Oh, das ist Schwerpunkt. Wir haben natürlich sehr viele Schonen-Titel im Programm. So heißt jetzt One Piece, Naruto, Hero Academy. So in der Richtung sind wir natürlich auch schwerpunktmäßig unterwegs, dass wir gucken, dass wir da auch weiter neuen Stoff liefern. Aber wir haben ja auch sehr schöne Perlen dabei oder auch Horror-Klassiker, Junji Ito ganz viel. Also auch Kids-Manga, dass wir auch mit Disney haben wir einiges im Angebot. Ich glaube, das ist wirklich eher bei uns so, worauf haben wir Bock? Ist das eine gute Geschichte? Passt die zu uns? Also gefühlt. Und dann haben wir ja auch noch Hayabusa als Spielenwiese bei uns. Das ist ja ein Imprint von Karsen. Und da werden wir auch immer gefragt, wo ist denn so der Unterschied? Hayabusa macht natürlich sehr viel Boys Love, aber es ist kein reiner Boys Love Imprint, sondern eher ein Imprint mit Schwerpunkt für ältere Leserinnen mit erwachseneren Geschichten. Wir haben auch viel Manga ab 18, aber auch immer etwas schwierigere Themen. Auch sehr viel Horror mit drin, MPD Psycho zum Beispiel. Und ja, da gucken wir dann einfach, was wo reinpasst und wer auch Lust hat, den zu machen. Also das ganze Portfolio der guten Laune kann man bei euch bekommen. Und es ist wirklich für jede Art des Gruppes dabei, wer sich da so ein bisschen mal so ein ließender Programm. Der findet da 100%ig was, liebes Publikum. Und du hast in letzter Weise heute auch, liebe Lisa, einen kleinen Ausstellung mitgebracht von Dingen, über die wir sprechen wollen. Einfach mal so ein aktueller Rundumschlag von Sachen, die man bei euch bekommen kann. Was hast du da mitgebracht? Ja, ich habe einmal ein sehr, sehr schönes. Das ist halt wirklich eine Perle. Meroise heißt der, geht um Coco Chanel. Das sind die, das Duo hinter Promise Neverland hat diesen Einzelband gezeichnet. Mit drei Geschichten sind es, die sich halt um Coco Chanel und um Mode und sowas drehen. Und der ist ein Hardcover erschienen. Richtig, richtig schön, Farbseiten zwischendrin. Also der Zeichenstil alleine lohnt schon. Und ja, man kann da richtig träumen und aufgehen. Und das zeigt nochmal, was Manga auch kann und dass das eigentlich auch seine eigene Kunstform ist. Kann man sagen, gibt es auch eine konkretere Zielgruppe für? Weil Coco Chanel, würde ich sagen, tendenziell vielleicht für so ein auch modebewusstes Publikum geeignet sein könnte. Ja, also das auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch, ich hatte mal eine Kollegin, die mit Manga gar nicht viel am Hut hat, aber eine sehr große, sehr große Mode-Fan war. Und der würde ich denen zum Beispiel auch in die Hand drücken, weil das auch so ein bisschen Graphic-Novel-Stil hat. Aber ich glaube auch für klassische Manga-Fans. Also auch wenn man Promise Neverland allein schon wegen des Zeichenstils großartig fand. Ja, das ist jetzt von der Story was ganz anderes, aber trotzdem bringt es auch so ein bisschen das mystische Feeling mit. Aber auch wenn das sich mit Mode beschäftigt, hat das halt auch so ein bisschen was Fantasy-haftes allein durch den Zeichenstil. Auch in der edlen Verarbeitung, es kommt im Hardcover daher, es ist teilkoloriert und hat auch noch diesen Papierumschlag. Auf jeden Fall ein Blick wert. Vielen Dank. Definitiv, ja. Was ist das für noch da? Dann machen wir vielleicht einen Schwenk zu Hayabusa, dann ist auch was dabei. Takopi und die Sache mit dem Glück, das ist eine zweibändige Reihe, also auch sehr kurz gehalten. Der erste Band erscheint dann jetzt im Winter und es sieht erstmal ein bisschen niedlich aus, was war, da kommt ein niedliches, außerirdisches Etwas, bisschen aus wie ein Tintenfisch, Takopi, kommt auf die Erde und begegnet da einem Mädchen, dass er sehr traurig wirkt und auch in der Schule gemobbt wird. Und er nimmt sich vor, sie irgendwie glücklich zu machen, das alles zu reparieren, was da irgendwie schiefgegangen ist. Er macht es aber nur immer schlimmer. Und da auch ein bisschen Warnung, es wirkt erstmal niedlich, aber die Cover, man sieht es schon, wenn man sich die angibt, also beide Cover, da sind weinende Mädchen drauf und wir haben den auch ab 16 gelabelt mit Absicht, weil es geht um Mobbing, auch Themen, also wirklich Trigger-Themen wie Selbstmord und auch Misshandlungen in der Familie spielen da eine Rolle und der Autor, der hat sowas sehr Philosophisches. Ich weiß nicht, ob der auch vielleicht Philosophie studiert hat, aber es kommt so raus, das ist auch mit der Ursünde und diese, also es geht um drei verschiedene Kids, die sehr verschieden von ihrer Familie, ja, misshandelt werden, kann man sagen. Sei es durch Ignorieren oder durch einen hohen Leistungsdruck, also ganz verschiedene Arten und das ist schon sehr, sehr spannend. Also keine leichte Kost, man sollte sich Schokolade dazu nehmen, aber es lohnt sich. Also ich habe die beiden Bände in einem Schwung auch gelesen und es hat mich sehr ergriffen und sehr lange nicht losgelassen. Verstehe. Bist du dann auch bei dieser Lizenzauswahl auch mit involviert, dass es darum geht, neue Titel bei euch zu ergriffen? Ja, auch genau. Also das ist gerade ein Redaktionsjob, wir gucken uns sehr, sehr viele Titel an, lesen die einmal an, kriegen vielleicht auch was vorbeschlagen aus Japan, schauen aber auch selber und wenn wir was haben, was uns so richtig catcht, dann oder wo wir uns so vorstellen können, dass es zu uns passt, dass wir da die richtige Zielgruppe auch haben, dann schlagen wir das vor und gucken uns an, ob wir das machen wollen, ob wir es machen dürfen. Ja, klasse. Vielen Dank. Dann gehen wir zum nächsten Titel. Ja, machen wir wieder einen Sprung. Ich bringe vielleicht einfach ein bisschen für die Mischung. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin One Piece-Redakteurin und da muss ich natürlich auch was zu One Piece mitbringen. Jetzt nicht unbedingt die Hauptserie, die ihr natürlich auch gern kaufen, lesen könnt. Aber es gibt zu One Piece auch noch sehr viel Tolle nebenher und da haben wir jetzt rausgebracht ganz frisch One Piece Episode A. Das bezieht sich auf Ace, Ruffys Bruder und schildert so seine Geschichte, wie er überhaupt zu Whitebeard gekommen ist und was er so erlebt hat. Er hatte ja auch mal seine eigene Piratenbande und das sind auch zwei Bände dann abgeschlossen und es wurde gezeichnet von Bojci, der Dr. Stone gezeichnet hat und der Zeichenstil ist auch einfach anvios. Also es ist halt toll, Meodas großartige Figuren und seine großartige Welt auch mal von einem anderen Zeichner zu sehen, wie der das interpretiert hat und ich hatte sehr, sehr viel Spaß bei der Bearbeitung. Das fängt halt auch nach viel Action aus. Gleich ist doch die Tage auch, die Realverfilmung umgesetzt hat und diese Serie gestartet. Genau. Erwartet ihr euch da irgendwas von? Ja. Synergieeffekte? Das wäre natürlich großartig. Ich war selbst sehr aufgeregt oder wir alle im Verlag auch. Also im Donnerstag gab es auch eine kleine, also da ist ja gestartet die Serie auf Netflix, gab es eine kleine Party oder ein paar Leutchen, die sich zusammengesetzt haben, die erste Folge geguckt haben. Ich hatte leider keine Zeit, ich kam noch nicht dazu. Also ich konnte reinschauen, habe es aber noch nicht groß sehen können, aber ich habe schon sehr viel positives Feedback bekommen und Live-Action-Umsetzungen von Manga sind ja immer etwas schwierig. Deswegen waren meine Erwartungen auch gar nicht so hoch. Gleichzeitig die Werbung, die sie vorab gemacht haben, der Cast, den sie ja auch schon jetzt die letzten Wochen viel präsentiert haben, dass Oda-Sensei auch sehr involviert war, also sehr viel Mitspracherecht hat, das hat mich schon hoffen lassen. Und was ich gehört habe, ist die Umsetzung wohl grandios und wenn das natürlich noch mehr, also die Serie auch noch mehr pusht oder an sich vielleicht einfach Leute dazu bringt, an sich Manga sich mal anzuschauen, weil sie auf Netflix was gesehen haben und dann erfahren, oh, das basiert auf einem Manga und sich dann einfach mal Manga anschauen, so ein bisschen wie man das mit Squid Game hatte, wäre das natürlich super. Da erscheint aber auch Erfahrungen in dem Sinne zu geben, dass dann diese Synergieeffekte tatsächlich bestehen. Also bei Anime haben wir das ganz viel, dann kriegen wir das sehr stark mit, wenn eine Serie, also wenn dann Anime erscheint, dann sieht man das auch bei den Verkaufszahlen des Manga häufig, nicht immer. Man konnte es ja zum Beispiel bei Spice Family von Crunchy Rumpel auch sehr gut sehen. Vorher lief der Manga, er war halt da, sagen wir es mal so. Und als der Anime kam, konnten wir ja gar nicht so schnell nachdrucken, wie die Nachfrage plötzlich gestiegen ist und sowas. Weil bei Attack on Titan hatten wir das zum Beispiel auch. Also gerade bei den Action-Serien merken wir das immer wieder, dass ein Anime auch Werbung für uns bedeutet. Und sind diese Entwicklungen dann auch konstant? Habt ihr dann wirklich ein neues Kernpublikum? Beispielsweise bei den Superhelden habe ich gehört, dass es immer mehr so Wellen wären. Da sind dann zum neuen Tor gerade Tor interessant, aber das hält ein halbes Jahr und dann ist es wieder vorbei. Habt ihr da Konstante? Ja, also es sind schon Wellen. Also man merkt halt, wann der Anime gestartet ist und wann er vielleicht auch gerade pausiert. Und wenn, also das ist ja oft so, dann erscheint eine Staffel, dann wartet man wieder ein Jahr, bis die nächste Staffel kommt. Man merkt schon, ob gerade eine Staffel läuft oder nicht. Aber viele bleiben dann ja auch am Ball. Also wenn sie dann erst mal mit der Serie angefangen haben oder dann vielleicht auch einfach wissen, also der Anime hat jetzt hier geendet und sie wollen einfach weiterlesen, der Manga ist vielleicht sogar schon beendet worden, dann kaufen die auch gerne dann durch. Aber man sieht es schon, ob gerade ein Anime läuft oder nicht. Es sind schon Wellen. Interessant. Ja, Mensch, und Zeit hätten wir jetzt noch für eine Vorstellung. Haben wir noch was? Gerne. Dann springe ich auch nochmal zu Hayabusa. Da bringen wir jetzt etwas sehr, sehr Schönes raus. Der Titel ist Hashtag DRCLMidnightChildren, ist auch eine Neuinterpretation von Frank, äh, Frankstein. Dracula. Frankstein. Frankstein, aber von Junji Ito. Dracula, gezeichnet von Sakamoto Shinichi. Kennt man vielleicht von dem Manga Innocent, der mal bei Tokio Pop erschienen ist. Und es ist ein grandioser Zeichenstil, auch mal etwas anderes. Und Horror, also Horror-Lieblinge auf jeden Fall auch. Und vielleicht sagt jetzt der ein oder andere nicht schon wieder Dracula, aber es lohnt sich, weil es doch eher noch was Eigenes ist. Weil Sakamoto Shinichi da einfach, ja, was Eigenes draus gemacht hat. Und allein dieser, dieser ganze Zeichen- und Erzählstil das nochmal auf eine andere Ebene hebt. Und da kann man jetzt auch, also der erscheint in einem Monat. Aber man kann jetzt in zwei Wochen, wenn der Manga Day stattfindet, schon mal reinlesen. Da hat der ja auch eine Ausgabe bekommen mit einer sehr fetten Leseprobe. Okay, ich kann ganz kurz, wo du den Manga Day gerade ansprichst, was habt ihr dieses Jahr da am Start? Was erwartet draus? Bei Carlsen haben wir Skidbeat dabei, Mission Yosakuba Family. Und, ähm, was war's dann noch? Jetzt komm ich nicht drauf. Wenn wir noch was weiteres, wieder viel Ausfall bei euch die gehen, ja. Warum komm ich jetzt nicht drauf? Und bei Hayabusa ist es halt, äh, Hashtag D-Us, C-L, Midnight Children. Und wir haben wieder eine Boys-Love-Mischung. Das ist dann eine Ausgabe mit zwei Geschichten. Einmal so Zombie-Height-Sex. Da ist auch noch ein interessantes Interview mit der Manga-Aka mit drin. Und auch ein Neustart, MADK, ähm, der erscheint jetzt auch erst in einem Monat. Und beim Manga-Day kann man dann schon mal reinlesen. Genau. Ja, interessant. Immer eine schöne Möglichkeit, bei diesen Tagen da mal reinzuschauen. Und auch eure lokalen Comic- und Manga-Dealer zu unterstützen, da mal vorbeizuschauen. Und vielleicht noch viel mehr zu entdecken, als das, was da im jeweiligen, ja, äh, Free-Manga-Day-Programm auch drin ist. Lisa, vielen, vielen lieben Dank für die, äh, für das Gespräch. Ja, da habt zu Dank. Und für den kurzen Ausflug in eurem Programm weiterhin. Dann viel Spaß und Erfolg hier auf der Konnichi. Danke dir. Dankeschön. Ciao. Gerade führt mich meine Reise hier auf der Konnichi 23 durch die Artist Alley. Und ich halt wie immer ausschaue nah von Menschen, die halt quasi fertige Manga dabei haben, fertige Comics, die halt Geschichten zu erzählen haben, die halt quasi einen Bruch mit am Start haben. Und ich freue mich sehr, jemanden getroffen zu haben, der hat sogar schon mal mindestens drei Bände am Start. Und ich glaube, sie weiß genau, wovon sie spricht. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hi, ich bin die Rose Nose. Also mein richtiger Name ist Sina Riga und mein Alias-Künstlername ist Rose Nose. Hi. Ich stehe gerade vor deinem Stand. Und du präsentierst uns gleich drei Bände einer Reihe, die du scheinbar schon ein bisschen länger machst. Vielleicht magst du aber, bevor wir auf die zu sprechen kommen, erstmal dich ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Seit wann machst du Manga? Und warum eigentlich? Also wie gesagt, ich bin Rose Nose in der Riga. Ich komme aus Bayern. Und wie es so ist, schon im Kindesalter habe ich mich super für Animes und Mangas interessiert. Und mit der Zeit habe ich noch meine Liebeskusszeichnen gefunden. Und durch Animex, Internet, Social Media und Kennenlernen von anderen Künstlern, auch meine Liebe zu Comics. Genau. Und dann hat es Stück für Stück angefangen. Das ist so langsam vor sich hingewachsen dann. Und jetzt zeichne ich richtige dicke Manga-Bücher und veröffentliche die sogar als Selbstpublishing. Also komplett im Selbstverlag sind die vorher schon online erschienen oder gibt es jetzt vor allem hier gedruckt erst einmal? Genau. Also ich habe es immer so angefangen, dass ich die halt ganz früh ist noch zu Animex-Zeiten halt hochgeladen habe und dann angefangen habe, halt mal ein Band zu drucken. Ja, genau. Also man kann die halt online vorher immer lesen zu einem gewissen Punkt und dann gibt es die halt dann immer zu einer Messe. Genau. Das hast du uns denn heute mitgebracht. Es gibt schon drei Bände davon. Wovor stehe ich? Genau. Also ich habe, das ist meine Manga-Reise Frishing Flower. Das ist eine Slice of Life Boys Love Geschichte. Das geht jetzt um die beiden Bruttorganisten, Milo und Ben. Und das ist eine sehr langsam, slow-burnige, erzählte Love Story, wo es halt darum geht, dass Milo und Ben sich kennenlernen und Milo sich eine Freundschaft auch zu den beiden dann entwickelt. Und Milo hat dann auch langsam Gefühle für den anderen entwickelt und er halt auch, dass Ben ganz neu ist und auch so ein bisschen mit sich struggelt. Und ja, genau. Und dann ist es halt so ein bisschen fortführend und ganz viel auch noch Freundschaft und Family und jeder hat so ein bisschen seine Probleme im Alltagsleben. Und es geht alles so ein bisschen durch die Story einfach durch und man wird so reingeleitet und mitgezogen dann. Verstehe. Also vermutlich so ein bisschen Coming-of-Age, Coming-out und gar nicht immer so krass explizit, sondern tatsächlich so ein bisschen emotional und softer vielleicht. Ja, genau. Das trifft jetzt sehr gut. Ja. Und das sind jetzt drei Bände. Auf wie viele Bände ist das Ganze da angelegt? Genau, das wären vier Bände insgesamt jetzt. Band drei ist dieses Jahr zur LBM erschienen und ich werde jetzt dann mit dem vierten anfangen und ich hoffe, es wird nicht wieder so lange dauern wie beim letzten. Wie lange arbeitest du an einem so einem Band und wie viele Seiten sind ungefähr drin? Also es ist so ein typisch klassischer, wenn man sich das vorstellen kann, so ein japanischer Manga. Er hat auch ungefähr die Dicke. Es sind so 170 Seiten. Er ist auch ganz klassisch mit schwarz-weiß und mit Rastern angelegt. Und das war jetzt immer ganz unterschiedlich. Beim ersten Band war es halt, da habe ich mich angestrengt, das schnell hinzukriegen und ich wollte es in einem Jahr schaffen. Also ungefähr ein Jahr dafür gebraucht. Bei Band zwei waren es dann schon zwei Jahre und bei Band drei waren es tatsächlich vier Jahre, wo ich sagen muss, ein Jahr kann man wegnehmen, weil ich nach Band zwei so ein bisschen ausgebrannt war und auch ein bisschen Pause brauchte und halt so ein bisschen Abstand genommen haben, um wieder ein Gefühl und auch wieder Spaß an der Story zu haben. Genau deswegen waren es drei Jahre dann. Aber momentan fühle ich mich wieder so voll drin und habe richtig Bock und freue mich so richtig an Band vier dann zu arbeiten. Was mir konkret bei den Boys Love Manga, wo ich halt immer die Interviewsführer auch aufgefallen ist, dass es relativ oft Manga sind von jungen Frauen, die da ganz unterschiedliche Perspektiven zu haben. Wie kam es denn bei dir dazu, jetzt konkret Boys Love machen zu wollen? Hat es da ein Interesse? Gab es diese Geschichte, die du unbedingt aufs Papier wollte? Wie kam es denn da bei dir? Du hast ja vielleicht eine persönliche Erfahrung in dem Hoffeld. Ja, bei mir war es, ja es kam so im Teenager-Alter, wenn man so das erste Mal in Büro kam, halt auch mit Boys Love Mangas. Das war halt irgendwie so was ganz Neues und mal so nicht so klasse heteros Love Stories und irgendwie war es super interessant, auch mal so gleichgeschlechtliches halt aus so anderen Perspektiven zu sehen. Das hat mich ein super fasziniert, das Genre. Und da hatte ich einfach mal Bock, das hat man selber anzufangen. Genau, und aktuell zeichne ich halt jetzt mit Boys Love, aber ich habe auch super viele andere Geschichten in meinem Kopf. Da hat viele Sachen halt, auch fändische Sachen und das möchte ich alles super gerne mal noch umsetzen jetzt. Da können wir uns also auch viel freuen, auch viel ist es von dir hoffentlich noch irgendwie auch bei Veranstaltungen dann auch im Selbstverlag auf und kann. Vielleicht nochmal ein paar Worte von dir zu Konichi. Wie sind deine Eindrücke? Wir haben den zweiten Tag, die Artist Ellie ist gut gefüllt, wie ich finde. Wie sind deine Eindrücke? Also ich finde es auf jeden Fall, also ich war bis jetzt bloß einmal in Kassel. Ich finde es voll schön, weil es jetzt eine schöne große Artist Ellie ist. Vorher war das immer so ein bisschen alles gequetscht und klein und so. Ich finde es voll super. Er hat jetzt richtig schön Platz jetzt auch, auch hinter sich und auch der Stich und allem drum und dran. Meine ersten Eindrücke, ich finde es bis jetzt ganz cool. Ich finde die neue Messe Hallen sehr schöne, moderne, schöne neue Messe. Genau, erster Tag gestern war wirklich cool, also war sehr angenehm. Habe auch einiges verkauft. Der zweite Tag bis jetzt ist ein bisschen verhallt, aber ich meine, der Tag ist noch lange. Mal gucken, wie es noch wird. Mal schauen, ja. Dann hoffe ich, dass es für dich auch rechnet, vor allem bei der ganzen Geschichte. Und ich wünsche euch für einen noch weiterhin ganz viel Erfolg. Und wenn ihr wissen wollt, wo man das alles kriegen kann und wie sie genau hieß nochmal und so, dann guckt mal bitte einfach in die Show Notes rein. Da verlinke ich wie immer alle relevanten Links. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke fürs Interview. Weiter geht die Fragerunde hier an einem Stand, bei dem ich tatsächlich einen ganz klassischen, möchte ich fast sagen, Comic gefunden habe. Weniger Manga-Esquiz zunächst scheint, vielleicht irre ich mich, und er ist online zu finden. Er spricht mich vom Titel her total an und ich glaube, das könnte spannend werden. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hi, ich bin Marvin und ich präsentiere hier meinen Katzen-Indie-Internet-Comic Cat at Net, der darum handelt, wie die Katze ins Internet kam. Ja, mega, wie lange machst du denn schon Comics? Ähm, naja, angefangen das Typische, seit man halt ein kleines Kind ist, zeichnet man immer mal Comics und Mangas hin und her. Ähm, dann mal kurz aufgehört oder weniger geworden für Studium und so weiter und in andere Wege gegangen. Aber irgendwann hat man es dann doch vermisst und hatte halt ständig diese Geschichten in seinem Kopf mit sich herumgetragen, die man halt einfach irgendwann unweigerlich dann zu Papier bringen muss. Ähm, das heißt, die Idee für diesen Katzen-Comic habe ich jetzt auch schon mehrere Jahre vor mir hingetragen und immer wieder neu angefangen. Ähm, und jetzt aktuell sitze ich so seit, ähm, ich glaube Februar letzten Jahres dran, also so anderthalb Jahre aktuell. Welchen Umfang hat das Projekt aktuell? Wie lange soll es gehen? Ähm, gerade bin ich so bei 70 Seiten. Also jede Seite ist Vollfarbe-Aquarell, deswegen dauert es ein bisschen länger. Ähm, und gefühlt ist das jetzt so ein Drittel. Also ich schätze mal irgendwas grob zwischen 200 und 250 Seiten sind angepeilt. Das heißt, es kommt auf Seiten daher? Hast du langfristig vor, auch einen Print davon zu machen oder bleibt es online? Nö, nö, das Ziel ist schon ein Print, weil, ähm, ich komme noch auf so einer, äh, so aus der Schiene, wenn es nicht gedruckt ist, ist es nicht echt. Es stimmt natürlich nicht, aber, ähm, das wird man auch so oft genug gefragt und, ähm, wenn man hier noch kein fertiges Buch liegen hat, dann gucken die Leute nur so mit einem halben Blick drauf, fragen dann auch schon, wird es mal gedruckt? Ähm, und das ist halt auch noch das, das merkt man auch, das wünschen sich die Leute, um das zu kaufen für sich selbst oder um es zu verschenken. Ähm, online, also nur online geht es ein bisschen in der Masse unter, ähm, und was Physisches, Haptisches in der Hand zu haben, ist dann doch noch das Konkretere, Schönere. Also gedruckt werden soll es, wenn es fertig ist, schon auf jeden Fall. Ja, es sieht so total sympathisch aus und, liebes Publikum, ich empfehle euch auf jeden Fall mal auf die Links in den Show Notes zu klicken und es euch anzuschauen. Wenn ich mir angucke, was du hier noch so an Prints hast, an anderen Sachen, interpretiere ich da einen gewissen, sag ich mal, Nerdy-Schwerpunkt rein, auch eine gewisse Technik-Affinität, liege ich da richtig? Äh, ja, also Nerdy sind ja hier alle Sachen auf der Konichi, denke ich mal. Ähm, inwiefern ich mich ein bisschen abhebe, ist einfach, dass ich weniger den klassischen, ähm, Anime-Mädels im Bikino oder sowas zeichne, sondern dass vieles, was ich hier ausstelle, ähm, handgedruckt ist, also Siebdruck oder Linulschnitte. Und, ähm, dass auch das, was, egal ob es Fanart ist oder nicht, das ist ein bisschen mehr, ähm, ich sag mal, ich komme halt auch aus dem Grafik-Design- und Illustrator-Bereich, ähm, dass es nicht mehr so unbedingt ans, ans Kinderzimmer orientiert ist, sondern dass man sich das auch vielleicht als, als schönes Kunstobjekt, ähm, an die Wand hängen kann, ohne dass es einem peinlich sein muss, wenn die Eltern mal zu, äh, zu Besuch kommen. Ähm, genau, also alles ein bisschen, ja, wie sag ich das jetzt, äh, handgemachter Grafik-Stil anstatt so der, der übliche Anime, aber trotzdem noch für, für Nerds und Otakus gedacht. Du arbeitest jetzt noch weiterhin an Cat at Net, das ist deine Hauptserie, gibt's noch irgendwie Nebenprojekte, die parallel laufen, oder legst du deinen Fokus vorne ganz darauf? Äh, gerade versuche ich meinen Fokus ziemlich groß, äh, darauf zu legen, ähm, ausgenommen vielleicht mal ab und zu Commissions oder sowas, die reinkommen, aber das ist jetzt gerade so das, woran mein, mein Herzblut reinfließt, ähm, es dauert, es ist auch zu aufwendig, also jede Seite vollfarbig, aquarell, ähm, von, von der Skizze bis zum fertigen, ähm, Bild, das dann online ist, alles selber machen, dauert einfach auch so lange, dass man da wirklich nicht mehr, mehrere Projekte gleichzeitig fahren kann. Absolut, ist ja auch sehr detailverliebt, schaut euch an, da gibt's gar keine, kann man gar keine Zeit, wenn die ein paar andere Sachen haben. Soll ich noch zum Schluss kurz nochmal, vielleicht, ähm, nach deiner Einschätzung mal zur Konichi selbst, wir sind umgezogen, wir sind in einer neuen Location, hast du auch andere Veranstaltungen dieser Art schon besucht, kannst du Vergleiche ziehen, wie läuft's für dich in diesem Jahr? Äh, ja, ich bin eigentlich, ähm, ich mach das, ich würd's fast sagen, hauptberuflich auf solche Conventions zu gehen und hier meine Kunst anzubieten, ähm, es ist jetzt noch schwer ein bisschen einzuschätzen, weil's jetzt gerade erst, ich sag mal, angefangen hat, äh, den Vergleich zu ziehen. Ähm, bisher ist es noch ein bisschen ruhig, ähm, ich glaub, das ist so, das liegt ein bisschen daran, dass diese Artist Alley, äh, ein bisschen abgeschieden ist, also die Hallen sind also sehr unterteilt, man muss hier schon gewollt hinkommen in die Artist Alley und stolpert nicht einfach zwischendurch mal zufällig da rein, wie das vielleicht in der großen Halle ist, dass einfach nur Bereiche sind, in die man, ähm, grenzenlos reingeht, ähm, aber ansonsten hat man hier halt als Artist, der hier nur am Stand ist, noch nicht so ganz den Überblick, ähm, kann das als, also wenn ich nur am Stand sitze, kann ich schlecht beurteilen, wie so die Koalicci im Ganzen jetzt aussieht, äh, ist noch ein bisschen früh, um hier ein Fazit zu ziehen, aber bisher, ähm, dafür, dass die Artist Alley größer geworden ist und auch mehr Plätze da sind, ist es jetzt am Samstagnachmittag noch ein bisschen ruhig, aber das kann ja noch kommen. Alles klar, dann danke ich dir vielmals für das nette Gespräch und wünsche dir weiterhin hier viel Erfolg auf der Koalicci. Ciao! Ja, dankeschön! Beim nächsten Gespräch möchte ich mich nicht nur über Ihre Arbeit unterhalten, sondern auch über einen Titel, der heißt Delta und ich glaube, es geht nicht um Mathematik. Mal schauen, was passiert. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hi, ich bin Lea, Künstler name Blossom Paint. Und du machst Manga, oder? Ich mache Manga in der Tat. Ähm, Delta eben kurz erwähnt, ist tatsächlich mein Webcomic, hat so angefangen, westlicher Leserichtung, also vielleicht nicht so ganz typisch Manga, wie man es vielleicht erwarten würde. Ähm, wurde auf Webtoon und habe was hochgeladen und läuft auch aktuell immer noch. Kommen dann, wie in anderen Fällen, auch gezielt Leute auf dich zu und sagen so, oh, das habe ich online gelesen, jetzt will ich es auch noch kaufen. Wie ist so deine Erfahrung mit deinem Publikum? Ja, mein Publikum ist jetzt nicht riesengroß. Es ist ein bisschen kleiner und gemütlicher und selten war es der Fall, dass Leute gezielt auf mich zukamen, weil sie mich schon online kannten und kamen eher, ja, im Kontext von Laufkundschaft auf mich zu und haben so eben, ja, Delta für sich auch entdecken können. Erzähl doch mal, worum geht's? Ist Delta was über den Mathelehrer? Nein, zum Glück nicht, das habe ich hinter mir gelassen. Delta ist der Name von der Geliebten des Protagonisten. Der hat sie nämlich vor einigen Jahren irgendwo in seinem Sonnensystem verloren und versucht, sie jetzt wiederzufinden. Also im Rahmen Mystery Adventure bewegt sich das Ganze und er ist eben auf der Suche aus seiner Verlobten, auf der Reise in seinem Planetensystem und versucht, sie wiederzufinden. Ist es eine abgeschlossene Geschichte? Geht es da noch weiter? Genau, Band 1 ist jetzt veröffentlicht worden schon und es geht auch immer noch weiter. Aktuell sind auch die neuen Seiten auf Webtoon und Tapas zu finden. Wöchentlich werden jeweils zwei Seiten neu hochgeladen und ich rechte damit, dass es wahrscheinlich noch ein bis zwei weitere Bände geben wird. Okay, also Work in Progress, es kommen aktuell immer wieder neue laufende Seiten. Man kann also online quasi am Ball bleiben und die natürlich auch folgen, entsprechend auf den Plattformen. Und das Ganze dann eben auch noch kaufen. Hier liegt auch noch was anderes neben mir, das heißt Seasons, es scheint ein Artbook zu sein. Was sind denn so, wenn man das immer so allgemein fragt, so deine Themen quasi? Was für Illustrationen machst du besonders gerne? Wo denkst du, liegen da deine Stärken vielleicht? Genau, das Artbook Seasons beschäftigt sich auch mit zwei originalen Charakteren von mir, die ich über die vier Jahreszeit hinweg begleitet habe. Genau, innerhalb von Illustrationen oder Fashion, Outfits, sowas in der Art. Ganz ohne Worte, einfach nur zum Hübsch ansehen. Und ich würde sagen, eines meiner größten Themen ist auf jeden Fall Romance. Also ich liebe es, Charaktere zu entwerfen, die eine starke Bindung zueinander haben. Und im Fall von Delta eben auch, bis den Star-Cross-Lovers und verloren gegangen. Und diese Sehnsucht, sich wiedersehen zu wollen, dieser tiefe Herzschmerz auch dahinter, das sind so Themen, die ich sehr spannend finde, mit denen ich mich gerne beschäftige. Das sieht auf jeden Fall total süß aus. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Konichi. Wie sind deine Eindrücke? Wie gefällt es dir bis jetzt? Hast du ja vielleicht auch Vergleiche mit anderen Veranstaltungen dieser Art? Was meinst du? Hier zur Artist Alley. Genau, das war meine erste Konichi. Und vorher war ich nur auf der Dokumi. Also mein Vergleichswert ist dann doch noch auf einem anderen Kaliber, würde ich sagen. Dokumi ist ja riesengroß. Ich war sehr angenehm überrascht über die Größe der Artist Alley, weil sie einfach schön übersichtlich ist. Man kommt an einem halben Tag gut durch, kann sich alles eigentlich gut ansehen und fühlt sich nicht ganz so verloren wie auf der Dokumi. Entsprechend gibt es aber natürlich auch weniger Laufkundschaft. Also mit weniger Einnahmen kann man schon rechnen. Aber die Leute sind nicht weniger freundlich. Alle sind lieb und haben nur gute Erfahrungen bisher gemacht. Nur gute Erfahrungen bisher gemacht. Hoffentlich bleibt das so. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und weiterhin viel Erfolg hier auf der Konichi. Super, vielen Dank. Beim nächsten Gespräch ist etwas passiert, etwas ganz Besonderes. Ein Vorfall. Und ob das jetzt das Gute ist oder nicht, kriegen wir jetzt gemeinsam raus. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin die Tanja aka MyTimeYou. Hi Tanja. Du machst Mangas, oder? Warum eigentlich und seit wann? Ja, das stimmt. Also ich mache das seit ungefähr drei Jahren. Und warum? Weil es Spaß macht. Sehr gut. Und du hast uns hier auf der Doku, mit Doku, wie sage ich schon, auf der Konichi, 20, 23, was mitgebracht, von dem es mal mindestens schon zwei Bände gibt. Was genau ist es denn? Es ist ein Mystery-Manga mit ein bisschen angehauchten Boys-Dorf, aber nicht explizit, sondern eher so ein bisschen Gromance, geht um Dämonen und heiße Typen. Genau, sowas in der Richtung. Zwei Bände sind schon erschienen. Was sind so vielleicht die, sage ich mal, die, schwierige Frage, Alleinstellungsmerkmale oder so das Besondere, aber vielleicht auch an den Charakteren, die du erstellt hast? Es sind alles sehr verschrobene Charaktere. Ich meine, das hat man fast bei jedem Manga, aber ich finde, sie ergänzen sich trotzdem ganz gut. Sie stoßen sich ab, aber sie brauchen sich und haben auch immer so einen gewissen Humor dabei. Also es macht mir selbst Spaß, es zu zeichnen und manchmal denke ich so, ja, das ist richtig gut. Und ja, also es freut mich, wenn es gut ankommt. Und bisher sind zwei Bände draußen, der dritte kommt demnächst und insgesamt sind fünf geplant. Fünf Bände sind geplant. Ersteinen die vorab irgendwie online oder gibt es die vor allem gedruckt? Beides. Man kann es gerne auf Animex lesen. Das hat immer so eine leichte Verzögerung zum Druck, aber vor allem dann gedruckt. Sehr gut. Und jetzt hast du gerade gesagt, drei Jahre machst du das. Das sieht mir mal aus wie jemand, der schon sehr viel mehr Erfahrung hat. Hast du einfach Talent oder hast du vorher schon andere Sachen gemacht? Also ich hatte als Kind mal angefangen zu zeichnen, dann hatte ich zehn Jahre Pause und vor drei Jahren habe ich tatsächlich wieder angefangen und zeichne einfach noch sehr, sehr, sehr viel. Also ich glaube, es hat weniger mit Talent zu tun, sondern einfach nur Übung. Und du veröffentlicht das Ganze im Selbstverlag. Wäre es für dich interessant, auch bei einem Verlag unterzukommen oder ist das gar nicht so notwendig oder dein Ding? Da bin ich so ein bisschen geteilt. Ich habe ja noch einen normalen Job. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, dass dann vielleicht beides hinter einen Hut zu bringen. Aber natürlich, wenn jemand fragt oder Interesse daran hat, sage ich nicht nein. Absolut. Aber du hast nicht irgendwie akkoaktiv eine Mappensichtung gemacht oder bist mal vorstellig geworden bei einem der unzähligen Verlage, die es gibt? Einmal war ich dort, aber ja, ich würde gerne noch ein bisschen Material ansammeln und es ein bisschen professioneller aufbereiten und dann nochmal. Verstehe, verstehe. Sehr gut. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu Konichi selbst. Wie läuft es für dich? Wie sind deine Einschätzungen? Du hast ja auch andere Erfahrungen mit anderen Veranstaltungen dieser Art. Erzähl mal, wie gefällt es dir in diesem Jahr? Es ist sehr gut. Es ist meine allererste Konichi, also sowohl als Besucher als auch als Aussteller. Vergleiche habe ich ehrlich gesagt nicht so viele, weil die LBM dieses Jahr war mein allererster Stand. Und ja, ich finde es toll. Also ich finde die Gespräche mit den Menschen geben einem sehr viel und auch das Feedback freut mich sehr. Und ja, also ich kann nur sagen, es ist eine ganz tolle Veranstaltung für mich. Du musst jetzt gerne Zahlen nennen, aber rechnet es sich für dich? Ja, durchaus. Also ich muss sagen, natürlich, klar, man hat die schwarze Nullrunden, das freut mich schon, aber es rechnet sich vor allem halt auch für mich als Künstler, weil man hat selten das direkte Feedback im Alltag. Und das ist natürlich sehr wertvoll, wenn ich es jetzt bekomme. Ja Mensch, alles klar. Dann warst du es auch schon. Vielen Dank für das nette Kurzgespräch. Und weiterhin hier viel Erfolg. Claudia, ciao. Ja, danke. Dir auch noch viel Spaß. Wie ihr mitbekommt, bin ich scheinbar gerade in so einer Art Disco, denn hier läuft überall Musik. Es ist eine Box aufgebaut und es ist total cool für so ein Gespräch wie dieses, das wir jetzt am Stand führen von China Books. China Books kennen wir schon ein bisschen länger. Das ist nämlich ein Verlag, die bringen Manwa raus. Und die hatten wir auch schon in München bei der vorletzten Ausgabe, glaube ich, am Start. Da hatte ich die Möglichkeit, ganz viele Artists von China Books quasi exklusiv zu interviewen und ich freue mich sehr, heute wieder auf jemanden zu treffen, die dann quasi eine alte Bekannte ist hier bei China Books. Und wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin der Elisabeth, die Verlagsleiterin von China Books. Hi Elisabeth. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt. Erzähl mal, wie ist in den letzten Jahren China Books ergangen? Also, als wir gestartet haben vor ein paar Jahren, war ja Taiwan eher ein Gast am Comic Festival München. Da hatten viele China und Taiwan noch gar nicht auf dem Radar. Ich glaube, Korea war auch noch nicht wirklich auf dem Radar. Aber das ändert sich momentan komplett, weil während der Corona-Zeit hatten offenbar die jungen Leute zu viel Freizeit. Dann sind sie im Internet, haben sie gesucht nach irgendwelchen Medieninhalten. Dann sind sie offenbar irgendwie auf chinesische Light Novels, chinesische Comics und auch chinesische Zeichentrickfilme aufmerksam geworden. Also wir merken, dass da eine steigende Aufmerksamkeit ist für unseren Bereich. Und ich würde euch gerne ein paar aktuelle Titel zuvorstellen, die bei uns vor kurzem erscheinen sondern oder kurz erscheinen. Aktuell im September erscheint bei uns Beauty and the West Chamber Band 1. Das ist Genre, Komödie, aber auch Boys Love. Und ich muss zugeben, ich bin eigentlich keine Boys Love Leserin. Aber weil die Geschichte so gut ist, konnte sogar mich die Reihe überzeugen. Und dann, ich lese gerne historische Stoffe und die Reihe hat ein historisches Setting. Es spielt in China in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da waren in China bürgerkriegsländliche Zustände. Das Land war zerfallen. Warlords haben das Land unter sich aufgeteilt. Und die demokratische Regierung hatte de facto keine Macht mehr. Und das spielt in einer Stadt in Nordchina. Und da aus zwei Feinden werden Liebende sozusagen. Warum Feinde? Weil der Vater des einen, ein Wohlerort, hat die Familie des anderen in den Ruin getrieben. Also, die eine Hauptfigur ist ein aufstrebender Peking-Operndarsteller. Und da ist eigentlich in einer reichen Familie geboren, aber die haben alles verloren. Alle Seelenvermögen haben sie verloren. Und dann hat er eine Ausbildung gemacht zum Peking-Operndarsteller. Und sein Widerpart ist ein junger Militärgeneral. Sein Vater ist der Wohlerort, der die Familie des anderen in den Ruin getrieben hat. Und er ist Mischling, seine Mutter ist Russin. Und es hat eben einen hohen Comedy-Anteil. Und in der Peking-Oper war es immer so traditionell, dass auf der Bühne Männer Frauen gespielt haben. Deswegen gibt es auf der Bühne und hinter der Bühne Spiele mit Geschlechterrollen. Und wir haben hier Figuren, die Männer sind, aber auf der Bühne Frauen spielen. Und wir haben auch eine weibliche Figur, die auf der Bühne Männerrollen spielt. Das Ganze kommt koloriert daher. Das finde ich schon mal großartig. Alles in Farb. Fantastisch. Und dann wie ist das denn? Du hast jetzt diese queeren Aspekte alle angesprochen. Das wäre doch was, was in der Form in China vermutlich gar nicht erscheinen würde, oder? Das könnte man denken, aber dass auch in China boomt dieser Bereich. Und die Chinesen sind gut darin, Gesetze, Regeln, Regulationen zu umgehen. Also sie biegen sich lieber, als zu brechen. Und es ist oft so, dass im Netz erscheint, relativ gewagt ist, aber es ist dann halt nicht möglich, eine Printausgabe zu bringen. Und dann, unsere Ausgabe ist unzensiert, aber die chinesische Printausgabe, muss man sagen, ist stark zensiert. Also sie nehmen halt dann, die sexuellen Momente, die werden rausgeschnitten. Und auch die Dialoge werden abgeändert. Da gibt es starke Abweichungen zwischen der originalen Webausgabe, der Webversion und der Printausgabe. Aber wir sind ja hier im Westen Flyer, also wir können die Ausgabe unzensiert bringen. Bevor wir zum nächsten Titel gehen, nochmal eine kurze Frage. Ich kann mich dunkelnd daran erinnern, dass das eine der Bücher, die ich damals in der Hand in München auch gelesen habe, dass sie quasi zweimal drin waren. Die waren einmal drin in Deutsch und ich glaube, sie waren dann auch im Original abgedruckt oder auf Englisch. Ich weiß nicht mehr genau. Ist das was, was ihr in der Form noch macht oder zunächst nicht mehr? Das machen wir schon noch, aber nicht mehr bei jedem Titel. Unser Hintergrund ist, wir waren am Anfang zuerst ein Lehrmittelverlag für Chinesisch als Fremdsprache. Das sind wir immer noch, aber mittlerweile sind mangroß für uns wichtiger als der Lehrmittelbereich. Und ich werde auch in Zukunft, werden wir zweisprachige Ausgaben veröffentlichen. Aber das eher bei Nischentiteln, wo wir wissen, da ist die Zielgruppe ein sinologisches, Leute mit großem China-Interesse und Comics, die eher für ein Massenkumpel sind, Unterhaltungstitel, die machen wir einsprachig. Verstehe, sehr gut. Was habt ihr denn noch aktuell so im Programm? Ich sehe viele schöne Cover vor mir. Unlängst erschienen ist von der Ballade von den Himmelsstürmen der Band 2. Der Band 3 kommt Anfang nächstes Jahr. Das ist, es gibt ja im Manga-Bereich so Genre wie Shonen oder Shoujo. Und diese Reihe ist etwas schwierig zu kategorieren, weil Shada ist eine weibliche Künstlerin. Aber sie ist eine Ausnahme, eine Erscheinung unter vielen Aspekten, auch unter dem Aspekt, dass ihre Zielgruppe, ihr Publikum in China, eine Leserschaft von ungefähr 50% Frauen und 50% Männern. Also bei den meisten Autoren kann man klar sagen, das wird eher von Frauen gelesen oder von Männern. Aber bei ihr ist es wirklich ungefähr 50-50. Und ich würde das sagen, dass bei ihr ist es halt die Seltenheit, dass es zwar, man merkt, dass sie eine weibliche Autorin ist, aber sie hat trotzdem Action und Spannung. Genau, also sie hat irgendwie beides. Und es fängt sehr märchenhaft verträumt an, aber die Geschichte kommt dann doch in Fahrt ab Band 2. Und es geht, es spielt auch im alten China in einer, aber in einer fiktiven Dynastie. Und die Hauptfiguren sind ein Zwillingspärchen, ein Junge und ein Mädchen. Die werden im Kaiserpalast geboren als Kinder des Kronprinzl. Aber das Mädchen hat das Pech, mit sechs Fingern geboren worden zu sein. Das gilt dort als schlechtes Omen, deswegen setzt man sie aus in die Wildnis. Sie hat aber Glück, sie wird durch einen Kampfkunstmeister gefunden, der adoptiert sie. Und sie geht dann bei ihm auch in die Lehre. Der Junge wird wenig später von einem, ich würde sagen, einem Art Magier entführt. Also den Eltern bleibt dann keines mehr von den Kindern. Und er lernt dann unter dem Magier taoistische Magie auf einer abgelegenen Insel im Ozean. Und die beiden wachsen getrennt voneinander auf, haben aber eine telepathische Verbindung, begegnen sich im Traum. Und zuerst ohne Wissen über ihre Blutsverwandtschaft. Aber eine Geschichte braucht auch die böse Seite, den guten Bösewicht. Und er kommt dann später ins Spiel, also finstere Mächte, die müssen dann zusammenspannen im Kampf gegen sich finstere Mächte. Und dadurch kommen sie dann auch wieder zusammen. Und die Reihe ist phänomenal schön gezeichnet. Und sie ist jetzt eine der wenigen Künstlerinnen, finde ich, oder Künstler, die gleich gut zeichnen kann, wie sie schreiben kann. Meistens ist ja entweder jemand stärker im Schreiben und weniger gut im Zeichnen oder jemand stärker im Zeichnen und dann etwas schwächer im Schreiben. Und sie ist wirklich bei beidem top. Weil du jetzt gemeint hast, dass die quasi im Geist miteinander verbunden sind. Nimmt das so, wenn die wieder zusammenkommen, familiäre Züge an oder hinzestöse? Also, Sexualität gibt es da nicht. Sie finden erst später heraus, dass sie verwandt sind. Aber es gibt da, also da ist man auf der falschen Fährte. Alles klar. Bei dieser Autorin, hier geht es nicht um Romantik. Auch schon in der Vor, da gibt es nicht sehr viel Romantik. Gut, in der Vorgängerei ein bisschen, aber bislang in der Reihe wenig Romance-Faktor, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem, es lohnt sich so. Es sieht wirklich sehr gut aus. Man kann durch die Leseprobe hier gerade blättern auf der Konichi. Ich vermute mal, die wird es auch online geben, die Leseproben, sodass man sich das da bestimmt auch nochmal anschauen kann. Ja. Dann noch zum Schluss, vielleicht noch ein letztes Buch, eine letzte Neuerscheinung. Was können wir uns noch angucken bei euch, bei China Books? Kurzum ist gerade der Band Neun erschienen von Die Klingen der Wächter. Von der Reihe hast du, wirst du wahrscheinlich schon gehört haben. Die läuft auch bei uns sensationell gut. Es ist in Asien ein riesiger Bestseller. Die Hauptfigur, Dauma, war früher mal in der kaiserlichen Armee, in der Litetruppe, ist aber in Unglade gefallen. Friede über die große Mauer auf die andere Seite in die Wüstengewitte zahlen Praal Asiens. Dort gehen die Handelskarawanen durch auf der Seidenstraße und verdienen jetzt sein Geld als Transportbegleiter von diesen Handelskarawanen, also einer Art Bodyguard. Und immer im Schlepptor ist sein minderjähriger Sohn. Man weiß nicht, was mit der Mutter passiert ist, aber es wird später irgendwann mal enthüllt. Und er nimmt aber dann einen Auftrag hin, einen mysteriösen Mann mit Maske zurück nach China zu eskortieren in die Hauptstadt an. Er bereut es dann aber bitte, worauf er sich eingelassen hat, weil der ist ein Revoluzzer, möchte den Kaiser stürzen. Und deswegen ist das wirklich ein lebensgefährlicher Auftrag. Die Reihe ist total spannungsgeladen und hat gewisse Ähnlichkeiten mit Games of Thrones. Und ich höre oft von Leuten, die die Klingenderwächter mögen, dass sie auch Wackabund mögen oder Blade of the Ormottel. Und man könnte eigentlich vermuten, dass es eher ein männliches Publikum ist, das das liest. Und hat aber erstaunlicherweise auch eine recht große weibliche Anhängerschaft. Ja, prima. Dann danke ich dir vielmals für das nette Gespräch und für die Vorstellung der aktuellen Titel bei euch bei China Books. Wie immer alle relevanten Links in den Show Notes. Viel Spaß noch und für allen viel Erfolg. Ja, auf der Konnichi. Ciao. Tschüss. Im nächsten Gespräch des heutigen Tages habe ich wieder jemanden von einem Verlag hier sitzen. Und zwar nicht irgendeinen Verlag, nein, ein Verlag, der zuletzt, was zuletzt wäre Quatsch, eigentlich schon immer geile Titel veröffentlicht hat. Danke. Der ja auch viele tolle Lizenzen einfach eingekauft hat, wo man merkt, okay, das sind Leute, die lieben scheinbar Manga. Ob das wirklich so ist und mit wem ich hier eigentlich spreche, das kriegen wir jetzt raus. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin Dominik. Hi. Hi Dominik. Du bist von Maga Kult, ne? Ja. Was ist ein Maga Kult? Ganz, ganz basic Anfang. Manga Kalt ist das Tochterlabel von Crosskalt, einem in den 2000ern gegründeten Comic Verlag. Davor ein Grafikstudio, was so Lettering gemacht hat. Und auch für Carlson, Egmont, die Manga Comics rausbringen. Irgendwann kam das eigene Verlagsgeschäft hinzu und irgendwann auch das eigene Manga-Label. Und dann haben wir Demon Slayer für uns entdeckt. Wir hatten in den letzten Jahren hier beim Telestand schon noch unzählige Artists, vor allem aus dem Comic-Bereich, zu Gast. Und den Andreas kennen wir hier beim Telestand durchaus auch. Und ich freue mich sehr tatsächlich jetzt mal so ein bisschen mehr so einen Blick auf die, naja, quasi Sparte werfen zu können. Und da sind wir schon an einem Punkt, den ich gerne in unserem Gespräch mal voranstellen würde. Denn ich habe jetzt gesehen, es gab so eine Pressemeldung. Manga Kult und Comic Kult sind jetzt irgendwie zu einer Firma zugehörig. Es gab eine strukturelle Umgliederung. Und Andreas Mergenthaler hat auch noch Unterstützung in der Geschäftsführung bekommen. Vielleicht kannst du für uns Laien mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was da eigentlich passiert in den letzten Wochen? Ja, gut, Wochen. Ich fange ein bisschen weiter vorne an. Ich glaube, vor zwei Jahren war das. Da ist von KNV Zeitfracht Luciana Bavidermann zu uns gewechselt als Office-Managerin damals noch. Glücksfall im Prinzip. Also sie kommt aus der Branche. Und Andi ist ein großartiger Chef. Er ist sehr, sehr kreativ, hat viele Ideen. Er bringt die auch so ein bisschen voran. Also CrossCult ist kein Unternehmen, was irgendwie stagniert, was sich mit dem Status Quo zufrieden gibt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum wir auch so eher experimentellere Titel haben. Nischigere Titel, Titel, die vor allem irgendwie Fans mögen. Und das ist das, womit er CrossCult zu einer wirtschaftlich relevanten Firma gemacht hat. Und vorher gab es ja noch den Hardy Hellstern. Kennst du den noch? Hardy habe ich nicht kennengelernt, nee. Und im Prinzip macht Luciana jetzt das, was Hardy damals gemacht hat. Luciana ist, also sie war, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Einkäuferin bei Zeitfracht und kennt sich damit halt entsprechend mit Zahlen aus. Also wir sind im Unternehmen, glaube ich, vier Leute, die wirklich irgendwie so eine Liebe oder zumindest sich mit Zahlen beschäftigen und damit arbeiten. Und da passt sie halt ganz gut rein, weil so jemanden braucht man. Und ist sie eher so, diese Geschäftsführung, sind das eher so Zahlenmenschen oder sind das schon auch durch und durch Nerds? Also ich sage mal, Doree Dore, kennst du? Ist wirklich ein sehr, sehr starker Titel bei uns. Den hat Andi angeschleppt. Und also auch wenn man, wenn man ihm dann, also wenn man natürlich sagen muss, er hat mal nicht einen Comicverlag gegründet für westliche Comics. Doree Dore kommt von ihm. Also, ne? Ja. Also er weiß, wie vorhin er spricht. Den Einzelnen habe ich über die letzten Jahre auf jeden Fall auch gewonnen. Und jetzt bist du, soweit ich weiß, ja auch für die Lizenz mitfahrend worden, die Einkäufe, quasi für Akquirierung der Lizenzen letztlich. Was würdest du denn sagen, ist so ein bisschen euer Schwerpunkt? Du hattest gemeint, ihr macht so experimentellere Sachen eher. Würdest du sagen, dass es das ist, was euch auszeichnet? Ja, auf jeden Fall. Das Tolle bei der Manga-Kaltgründung war halt, dass Crosscut hatte, also als Steckenpferd dieses, sag ich mal, Hardcover-Klein-Format gehabt. Im Comic-Bereich kennt man ja vor allem dieses, sag ich mal, das größere Album in der Hardcover. Und das war etwas, was Manga gar nicht kannte. Manga war eigentlich immer 10 D-Mark, dann 5 Euro, dann 6 Euro, dann 7 Euro. Und da konnte Eggman vielleicht mal ein 7,50 machen, aber das war es dann auch schon. Und dann kamen wir und meinen, okay, wir machen jetzt all unseren Manga groß, kaufen uns Titel an mit coolen Martwork, pappen hinten 10 Euro als Preis drauf oder halt auf die Hardcover-Edition natürlich auch noch mehr. Und wir hatten völlig neue Möglichkeiten für Titel, die man damals immer weggeschmissen hat. Jeder Titel, der irgendwie Farbelemente hatte, passt nicht in dieses 7-Euro-Raster. Alle Titel, wo du weißt, es kaufen nur ein paar hundert Leute, weg. Und das sind halt Titel für uns, wo wir dann gesagt haben, hey, es gibt nur diese hunderte Fans. Wir machen da eine richtig edle Hardcover-Ausgabe rum, kalkulieren den Preis so, dass, also auch mit dem Wissen, dass es nicht so viele sind. Und teilweise, also wir haben Fist of the North Star im Dezember letztes Jahr gelauncht. Der hat unsere Erwartungen auf jeden Fall übertroffen. Das glaube ich gern. Weil die Zahl, wenn du die jetzt vergleichst mit unseren 10-Euro-Titeln, dann wirkt das halt, ich will nicht sagen lächerlich, aber es wirkt halt klein. Aber dann rechnest du halt wieder auf den Verkaufspreis rum und dann merkst du, ja, das Ding hat sich, also das Ding ist eigentlich in unseren Top 5, Top 10 nach Umsatz oder sowas. Ja, Top 10 wahrscheinlich. Bei CrossCult ist es ja so, dass für mich auch ein Schwerpunkt dort ist, dass dort vor allem, also unter anderem auch, deutschsprachige Artists mit ins Spiel holen, die also exklusiv für euch produzieren, beziehungsweise irgendwas im eigenen Verlag gemacht haben und das dann nochmal bei CrossCult bringen. Wäre das eine Idee auch für MangaCult? Ich habe da lustigerweise gestern erst noch mit Marco, wie gesagt, ich bin schon recht lange in der Manga-Szene mit Marco geredet, der, Jovan Tore haben die bei irgendwo rausgeholt, wenn diese Fremdwerbung mir erlaubt. Und er hat ihm so ein bisschen erzählt, wie das für ihn war. Sein erstes Projekt für einen deutschen Künstler betreut. Und ich persönlich, ich bin bei uns auch Redakteur für einige Titel, habe aber keinen sprachwissenschaftlichen Hintergrund. Ich würde mich da niemals rantrauen, einen deutschen Künstler. Ich finde, das ist ein Manga, Weakly Shonen-Hitman heißt, der ist erschienen bei Carlson. Der beschreibt das sehr gut. Der Künstler gibt sein ganzes Leben als Waagschale zu diesem Redakteur. Das ist keine Verantwortung, die ich tragen könnte. Damit will ich, das ist jetzt nur ganz persönlich. Worauf ich aber hinaus will, ich finde, man sollte halt die Stärken, die man hat, nutzen, weil damit schärft man ja auch ein Profil. Wir sind alles Leute in der Redaktion, die genau diese Titel, die wir veröffentlichen, hinter denen wir 100 Prozent stehen, das sind Titel, die wir auch selber lesen, wo wir uns auch sehr gut auskennen. Man sagt uns, also die anderen Verlage sagen gerne mal, sagt auch so ein Marco ganz gerne, ah, fuck, den Titel hat Manga Kalt jetzt schon wieder lizenziert. Weil wir uns in diesem Bereich auskennen, haben wir manchmal auch so einen gleichen Zeitvorteil. Und ich finde, wir sind gut beraten damit, diese Stärken zu nutzen. Das kann sich natürlich mit dem Team ändern. Wenn wir jetzt plötzlich jemanden haben, der, sag ich mal, vielleicht neben seinen Expertisen im Sprachlichen noch irgendwie Künstler in der Künstleszene aktiv ist, da gut vernetzt sind, ist und da irgendwie Expertise einbringen kann. Ja, warum nicht? Absolut. Also aktuell nicht, um eure Profile auch zu schärfen und dabei zu behalten, aber die Zukunft wird zeigen, was effektiv da passiert. Ja, klar. Dann lass auch mal ganz konkret in ein aktuelles Portfolio einsteigen. Ich glaube, wenn es jemanden gibt, der uns sagen kann, was bei Manga Kalt aktuell einen geilen Scheiß zu bekommen ist, dann bist du das. Erzähl doch mal, pick doch mal so eine Handvoll Titel raus. Was könntest du uns vorstellen? Was ist vielleicht auch ein Presseschwerpunkt? Erzähl mal, was habt ihr gerade so? Äh, ja. Ähm, musst du mal so durcheinander halten, so was sind meine persönlichen Lieblinge? Was mögen andere Leute? Was sind Dinge, die öffentlich man mal gut nennen kann? Jetzt gerade gelaunt haben wir zum Beispiel Brutal. Wahrnehmung vorweg, also ich glaube, das ist, also da habe ich auch mit, auch so Leute, die sind schon zu mir gekommen auf dieser Messe und meinten, warum, also ihr traut euch das? Also, seid ihr sicher? Wollt ihr das nicht wieder zurückziehen? Also der ist wirklich brutal. Ähm, war der Titel, der tatsächlich, als wir ihn angekündigt haben, bei Instagram war das der, der der meisten Aufmerksamkeit erregt hat. Wow. Gibt dann noch so ein bisschen, auch glaube ich, nur in der Richtung, wem sowas gefällt. Ähm, der ist hier auch nahezu ausverkauft, jetzt auf der Konnichi. Ähm. Das heißt, es ist ein sehr inhaltlich brutales Ding, ähm, welches Genre bedient wird? Kennst du die, die heißt der Dexter? Ja. Äh, so ein bisschen kannst du dir vorstellen. Auf dem Cover, also er sieht auch sehr, sehr ähnlich aus, ähm, finde ich persönlich. Äh, es geht um einen, ich glaube, einen Mordermittler, äh, ist das der fachlich korrekte Begriff, äh, der selbst Justiz übt. Verstehe. Ja. Und der, der ist nicht zimperlich. Okay, alles klar. Also ein bisschen blutige Rufierer, die da drin ist, ähm, vom Artwork jetzt irgendwie Besonderheiten zu erwähnen? Ähm, natürlich, explizit. Ist es nicht Farb? Ist es eine Farb? Nee, nee, da meinst du Calculus, glaube ich. Okay, also das ist, ähm, äh, nicht so viel Rot drin. Nee, gar nicht. Äh, Calculus, wo wir gerade eben schon über so, so, so preispolitische Sachen gesprochen haben. Äh, das ist ein Titel, der hat, da geht's darum, dass dieser, ein Sonnensturm, die Farbe der, auf der Welt, äh, entfernt hat. Der ist tatsächlich auch von Totomoni her empfohlen, dem Blame-Mangaka. Ähm, und das merkt man halt dadurch, dass dieser Manga schwarz-weiß ist, es gibt ja keine Farbe. Aber wenn sie dann halt Farbpartikel noch irgendwo finden, werden die farbig dargestellt. Oh. Und die sind wieder dieser Manga quasi Band für Band, äh, farbiger, ähm, man kann das im Nachwort, äh, lesen, dass als Kind der Mangaka schwarz-weiß-Fernsehen geguckt hat und dachte, die Welt wäre halt schwarz-weiß. Ja. Und das hatte so, dass dieser Gedanke hat, den Manga-Kar nicht losgelassen und hat dann äh, ein Werktum herumentwickelt. Wie viele Werte gibt's da anzwischen? Ist da was Aktuelles bei euch? Ich glaub, wir sind sieben abgeschlossen. Okay, der geht sich schon vollständig vor. Vermutlich schon vollständig vor. Also, wir werden keine Reihe abbrechen. Gut, willst du schon mal kurz zu wissen, andere machen das ja ganz anders? Ich glaub, beim Manga macht das niemand mehr. Okay. Es gibt ja auch so, ähm, wie ich aus dem Indie-Bereich immer ganz mitbekomme, was wirklich gut läuft und gewissen Gruppen sind in Richtung Boys Love gespielt. Gibt's das bei euch auch? Ich bin, ähm, Redakteur tatsächlich von allem. Das ist der Titel, der heißt, ich kann dich nicht erreichen. Äh, da sind meine Kollegen, weil Lizenzmanagement wird bei uns gerade aufwendiger und deswegen muss ich eigentlich Reihen abgeben. Mhm. Ähm, und ich kann dich nicht erreichen. Also, die ist der, den meine Kollegen am ehesten gerne selber machen würden, wenn ich das gebe. Okay. Warum? Weil er so beliebt ist, weil er gut läuft. Äh, also ich persönlich als Redakteur finde, ähm, die, der, äh, ist vielleicht aber auch so eine Boys Love-Sache, ich finde, da, da lohnt es sich mehr Arbeit reinzustecken als Redakteur, weil man dann noch so Feinheiten und Nuancen in Sätzen dann nochmal so anpassen kann, dass so diese, diese Gefühle nochmal ein bisschen stärker durchkommen. Mhm. Ähm, in dem Manga geht es um, äh, zwei, zwei Kindheitsfreunde, ähm, der eine, sehr eher intelligent, äh, eher ruhiger Mensch, äh, eher ruhiger Mensch, wird auch ein bisschen missverstanden, weil die Leute denken, der ist halt krummelig. Und der andere ist halt so ein Energiebündel, aber der ist jetzt auch, ich sag mal, kein Frauenhild. Ja. Der, der, der stillere Mensch vielleicht eher so doff, sondern so ein bisschen mehr. Ähm, und die beiden kennen sich halt schon seit Kinderbein. Es gibt eine der aktuellen Bände, das ist so quasi ein Flashback-Band, wo man sie halt nur als Kinder sieht. Okay. Äh, das, das ist wirklich auch super toll gezeichnet, äh, das ist, das ist, das ist dieser eine Band. Ich kenne halt die Reihe natürlich. Ist der, ist der super explizit oder ist er ein bisschen zurück? Nee, 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 das ist, das ist, der ist, der ist, sag mal, soft, ja. Also vermutlich kendenziell auch für eine jüngere Zielgruppe, könnte man das so sagen? Ja, nee, auf jeden Fall. Also, okay, ähm, bei den expliziten Sachen habe ich leider nicht gelesen, deswegen kann ich da inhaltlich nicht so viel sagen. Ja, kein Twittering, but never fly, wird dir was sagen. Ja. Der ist ja wirklich explizit. Mhm. Äh, und dann von den nicht expliziteren haben wir auch noch, den habe ich auch selber gelesen, den, 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 der fasziniert mich persönlich, ähm, ist, äh, Twilight-Out-Focus beziehungsweise After-Image-Slow-Motion mit der Mitleid Mononok. Mhm. Äh, ich sag deswegen drei Namen, weil... Man quasi immer Charaktere hat in diesen einzelnen Reihen, ähm, aus demselben Filmclub. Mhm. Der Übersetzer zum Beispiel auch, ähm, überlege gerade, wie, die genaue Geschichte kriege ich jetzt nicht aus dem Kopf zusammen. Mhm. Äh, der hat bei uns seinen ersten Boys-Love-Titel gemacht und ist irgendwie so, 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 wir haben ihn auf dieses Projekt auch eigentlich aus, aus einer Not drauf gesetzt, also weil er jemand ausgefallen ist. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, als Übersetzer oder als, oder als Lektor, ähm, da bin ich mir nicht genau sicher, aber er ist zufälligerweise Filmstudent. Ja. Und jetzt macht er einen Boys-Love über, aus einem Film, über einen Filmclub. Ist natürlich, sowas ist natürlich, äh, ein totaler Glücksgriff. Mhm. Und das, das finde ich, zeichnerisch hat dieser, dieser Boys-Love-Manga dieses, äh, äh, cineastische, was auch in der, in der, also das ist auch der Anspruch, äh, an die, an die Bilder. Und zeitgleich, äh, zum Beispiel der Protagonist von, äh, von Afterlife Slow-Motion, den findest du eigentlich unsympathisch in Twilight-Out-Focus. Dann liest du Afterlife Slow-Motion und merkst so, der hat noch eine ganz andere Seite, die du halt dann erst dann erfährst, wenn er Protagonist ist. Und so geht das, äh, in dieser Reihe quasi, das ist so, so, so geht es da drumherum. Fasziniert. Ja. Vielleicht nochmal was ganz anderes, weil wir es gerade auch so ein bisschen mit Genres ja letztlich auch hatten. Ähm, einen Punkt würde ich gerne aus dem Gespräch von gestern kurz aufgreifen. Da war, weil ich mich erinnere, ein Ansatz, dass Genre so ein bisschen verschwimmt, so ein bisschen vermischt. Ja. Man kann nicht mehr so ganz klar sagen, das ist der Schonen, die müssen alle sein wie, keine Ahnung, Zonboku und Co. Sondern letztlich, ähm, gibt es da Vermischungen. Wir haben auch nicht mehr diese klare Zielgruppeneinteilung, wenn wir solche Titel lesen. Hast du diesen Eindruck auch? Und wie stellt sich das bei euch auch im Portfolio dar? Gibt es da klar ausgerichtete Titel, die klar ein Zielgruppe und einen Job treffen? Oder ist das schon eine Verschmelzung wahrzunehmen? Äh, letztendlich ist, das klingt wie eine, wie eine Schallplatte mit Sprung, aber letztendlich ist man gut drin beraten, die Titel zu machen, an die man selber glaubt. Ja, äh, hinsichtlich Genres ist vielleicht nur, wenn man es umdreht, äh, auf der Künstlerseite genauso, äh, mach eine Geschichte, an die du glaubst. Mhm. Und wenn du nicht daran glaubst, äh, den, den dritten Dragon Ball zu machen, dass es Erfolg hat, äh, machst du es vielleicht einfach auch. Ja. Also, ja. Okay, das heißt, also im Vordergrund stehen die Inhalte der Geschichten, die Storys, die sollen gut sein, unabhängig von der Frage, ob die jetzt irgendeine Zielgruppe befriedigen oder nicht. Hoffentlich eine Zielgruppe, die auf gute Comics, äh, guter Manga steht. Ja, äh, solche Überlegungen gibt es bei uns natürlich auch, äh, ob das offenen deutschen Markterfolg haben kann. Ja. Ja. Okay, verstehe. Aber das ist jetzt nicht das ausschließlich Argument. Dann vielleicht noch die letzte Frage für heute. Wir sind hier auf der Konichi, wir sind umgezogen, ist, ähm, wie. Wie? Eine ganz andere Location, auch an, äh, dich nochmal als Vertreter des Verlages dann mal gefragt, wie gefällt die Konichi, wie gefällt sie denn in diesem Jahr? Ich vermute mal oder so andere Veranstaltungen, wie sie Adaliten ganz am gleiche ziehen. Ja. Du wirst ja auch einschätzen können, wie das Publikum hier unterwegs ist. Erzähl mal, wie gefällt dir die Konichi in diesem Jahr? Äh, man muss dazu sagen, ich bin nicht neutral und, äh, das ist das Einzige, wie ich damit, äh, als Mensch umgehen kann, ist, dass ich damit transparent bin. Ich war vier Jahre im Konichi-Team. Ja. Ich werde jetzt nicht sagen, wie, wie schrecklich oder, oder mittelmäßig diese Messe ist. Ähm, mein Gefühl ist, und das kann man sicherlich auch, äh, recherchieren, habe ich leider nicht gemacht, dass, von der Fläche her ist es, glaube ich, bestimmt so 40 Prozent größer. Mhm. Und Besucher wahrscheinlich etwa, äh, etwa gleich. Und jetzt haben wir diese Situation, dass wir, äh, Nani Magic haben und eine Konichi, die ja nicht immer auf den Besuchern gleich groß waren. Und jetzt könnte die Konichi drüber wachsen. Mhm. Hat sogar auch die Fläche, um drüber zu wachsen. Ähm, die, die Messe selber sieht auch von den Besuchern irgendwie mit der vergleichen mit Nani Magic, ähm, sehr leer aus. Durch die mehr Fläche verteilt sie einfach besser. Mhm. Ähm, und man merkt halt auch, die, die Konichi ist das Einzige, äh, die einzige Kon, die wirklich komplett ehrenamtlich organisiert wird. Ja. Muss man jetzt auch mal denen zugute halten, ähm, das sind trotzdem Experten. Also, Jan Meister zum Beispiel aus dem, aus dem Gremium, der, äh, ist Geschäftsführer, äh, von, von, ähm, einem Onlinevertrieb von, von, von Arzneimitteln. Aber auf jeden Fall. Okay. Oder der, der Aussteller, Orga Leiter, der ist, ähm, ähm, geprüfter, äh, Fachlogistiker. Stehe. Also, in diesem Team sind, sind nicht unbedingt nur Fans, die dann halt irgendwie eine Convention umsetzen wollen, sondern auch Leute, die das, die das irgendwie auch fachlich mit irgendwelchen Kompetenzen unterfüttern können. Äh, und ich bin sehr gespannt, was passieren kann. Nehmen wir uns zum Beispiel der, der Festsaal. Der ist, glaube ich, auf 2400, äh, Stühle ist der bestuhlt. Man könnte aber, äh, da sind Servomotoren dran, man könnte diese, diese ganze Tribüne, könnte man einfahren und dann hätte man 10.000 Stehplätze. Mhm. Und stell dir vor, was, was so für Möglichkeiten hast, mit sowas. Und das siehst du hier in sehr, sehr vielen, ähm, Räumen. Um was Negatives zu sagen, ich glaube, diese, diese Halle ist eher so, so ein bisschen auf so Aktionärsversammlungen irgendwie getrimmt oder sowas. Ja. Äh, ist mir aber trotzdem alles immer noch, also vor allem ist es ein neues, modernes Gebäude, äh, ist mir alles viel lieber als auch eine Messehalle. Ja. Ich könnte darüber, wir können darüber eine Stunde reden, verstehe. Also es ist Potenzial letztlich in der Situation. Es hängt genau, es hängt wirklich davon ab, wie die Konichi das, äh, dieses, dieses Potenzial nutzen kann. Und ob. Ja, das ist klar. Lieber Dominik, dann vielen Dank für das Gespräch. War mir kein Problem. Und weiterhin viel Erfolg hier auf der Konichi. Dankeschön. Ciao. Wir sind wieder in der Artist Alley. Und vor mir sitzt eine Künstlerin, die hat uns was mitgebracht, das sie im Rahmen von ihrem Hochschulabschluss gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Es sieht fantastisch aus. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, ich bin, äh, Shiho Ran. Das ist mein Künstlername. Ähm, mein richtiger Name ist halt, äh, Shasharabon Soda, which is, ähm, ist ein bisschen so der Mund voll. Ähm, also Sha ist vollkommen in Ordnung, Shiho Ran ist auch vollkommen in Ordnung, Shiho ist in Ordnung. Ja, das bin ich. Ja. Hi. Hi. Und du machst scheinbar Manga. Hast du uns auch was mitgebracht? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du in dieses Manga machen reingerutscht? Ah, ich hab, äh, als ich 13 war, Inuyasha geschaut, ne? Und das war, da war schon so Liebe auf den ersten Blick, ne? Bisschen Katzenohren, naja, Hundeohren eigentlich, ne? Ähm, Mädchen im Schuluniform, ähm, Fantasyland, Japanland, also, ne? Also, da hat's auch schon angefangen und ist auch so geblieben, ja. Und wenn ihr das im Vorgespräch richtig mitbekommen habt, dann war das letztlich dein Einstieg daran, das noch zu professionalisieren, denn du hast scheinbar was in der Richtung studiert. Stimmt das? Und wenn ja, was denn? Ich bin, ich war Studentin, ähm, im Design, Bachelor im Design mit dem Schwerpunkt Illustration, ähm, das war in Münster. Ich glaube, Hangar und Münster sind die einzigen Orte, die, äh, Illustration als Schwerpunkt auch tatsächlich anbieten und ist auch schwer reinzukommen. Aber ich kann es halt einfach nur empfehlen, wer halt, ähm, wirklich Interesse daran hat, Illustrationen zu machen und auch frei in dem zu sein, in dem er, was er halt machen will. Also Manga, es funktioniert dort, es wird halt nicht vornherein einfach abgelehnt, sondern, äh, also wenn du gut bist, kannst du machen, was du willst, tatsächlich. Welchen Vorteil hat es, das zu studieren, anstatt es einfach mal so als Hobby zu machen, mal einen Kurs zu belegen und das einfach so quasi individuell auszuarbeiten? Die Sache ist, dass du halt in der Hochschule mit Gleichgesinnten, ähm, zusammen bist und du dich miteinander, äh, auseinanderhalten kannst und mit den Professoren reden kannst. Du kannst, du kannst so ein bisschen Networking aufbauen, so, dass, das Vitamin B schadet halt nicht, ne? Und das ist auch so, viele Leute kommen wahrscheinlich eher aus so, äh, von verschiedenen Regionen und es gibt auch Leute, die halt keinen anderen Kontakt zu anderen Künstlern haben. Und da einfach mal in die Uni zu gehen und zu sehen, oh, es gibt andere Menschen wie mich, die nicht einfach so komisch angesehen werden, weil ich Manga mag oder so weiter, ne? Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung auch für Selbstbewusstsein und einfach Inspiration und einfach, ähm, darüber zu lernen, oh, ich kann auch auf Conventions gehen, ich kann Bücher machen, ich kann so vieles tun, weil andere Leute, die wie ich sind, diese Dinge schon tun, ne? Und geht's auch so um Handwerkliches? Hast du da wirklich noch was, sag ich mal, Handwerkliches gelernt? Keine Ahnung, was weiß ich, Perspektiven, Farbauswahl, Stilistiken, Design, hast du in der Richtung sowas da auch gehabt? Tatsächlich ja, also wir hatten einen Grundkurs erstmal, die ersten beiden Semestern, glaube ich, ähm, einfach Basics Design und dann durfte man sich halt, ähm, ausbranchen. Wir hatten Kommunikations, äh, Produkte und, äh, Illustrationen, ähm, das ist halt jetzt spezifisch für Münster und, ähm, in der Illustration selber gab's auch Kurse, wo du halt mal Holzschnitt, Leonol-Schnitt, du darfst auch mal in die Werkstatt für, ähm, Kunststoffe oder andere Stoffe nähen, ähm, reingehen, du kannst auch mal die Zeichentrick-Leute ansehen, was die machen, die Filmleute, die Fotografieleute, also sehr viel auch ausprobieren. Also es gibt keine wirkliche, oh, du bist Illustration, du machst nur Elo, sondern du darfst und solltest auch, ähm, andere Kurse dir anschauen, damit du auch mehr, ähm, mehr Perspektiven einfach reinbekommst. Ich verstehe schon, für die, für die, für die Vielfalt und für die Wahrnehmung, für die Diversität letztlich auch von dem, was man macht, scheint das total sinnvoll zu sein. Und dein Abschlussprodukt quasi von der Uni, das hast du uns heute hier mitgebracht. Erzähl doch mal so ein bisschen, was ist es, wie heißt es, worum geht's und wie kam's dazu? Ähm, das, mein Abschlussprojekt ist tatsächlich ein Manga, den ich selber gemalt habe, geschrieben habe, aufgesetzt habe, äh, es heißt The Villain Origin Story of an Artist und es ist so leicht biografisch. Äh, es geht um einen, ähm, jungen Künstler, der halt so, so ein bisschen im Kaff wohnen und seine Eltern verstehen ihn halt nicht und sagen halt, ja, wir, wir wissen nicht, was mit dir falsch ist und du solltest doch mal so einen richtigen Job haben. Warum bist du denn noch hier und so weiter? Weil er halt gerade die, seine Hochschule abgeschlossen hat und er hat halt Angst davor, sich wirklich aus, ähm, zu breiten, so entfalten, äh, und, 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 ähm, seinen eigenen Weg zu schlagen, bis er dann halt jemanden trifft, den er schon vorher, äh, eigentlich getroffen hat. Und er erinnert sich aber nicht daran, ne? Und so entwickelt sich halt die Geschichte zwischen zwei Leuten, die halt, ähm, auf verschiedenen, diversen Gründen, äh, in ihrem, ihrer eigenen Entwicklung blockiert sind, aber zusammen halt realisieren, dass sie es halt, ähm, dies überwinden können und weitermachen können. Ja, sau cool. Das Ganze hast du uns hier mitgebracht. Und erzähl mal, das Konnichi-Publikum, wie reagieren die auf dich? Reißen die dir das Ding aus den Händen oder ist es eher noch ein zurückhaltendes Publikum? Das Konnichi-Publikum ist relativ zurückhaltend, wenn es um Originale geht. Also sie sehen, also sie kommen vorbei, sie sagen, oh, es ist sehr schön und, oh, ich mag die Atmosphäre, die blättern auch mal durch und so weiter, aber, ähm, es ist immerhin so ein bisschen schwer, halt Originale tatsächlich zu verkaufen, weil die Menschen halt nicht schon den Hintergrund haben, um halt zu sagen, oh, ich mag den Charakter so total gerne, ich kauf das jetzt. Weil man muss da dieses erste Anschnüffel, dieses erste Kennenlernen, muss halt sofort halt funktionieren und dann würden sie sagen, okay, ich lasse mich auf etwas Neues ein. Viele, viele Konnichi-Leute, also meine, mein Klientel ist halt tatsächlich eher auf Fanart fokussiert, weil ich habe auch, also die Hälfte von mir ist Fanart, die Hälfte ist halt, ähm, eigene Originalart. Und viele finden mich eher durch das Fanart, so. Und was machst du Fanart? Äh, Final Fantasy XIV. Ich bin tatsächlich einer der einzigen Ständige, die das macht. Ähm, es gibt noch zwei, drei andere, die halt so kleinere Dinge machen, aber ich bin halt die Einzige, die tatsächlich so große Prints hat. So, dann kommen die halt alle her. Ja, Mensch, mega, dann danke ich dir auch schon für unser Gespräch und wünsche mir weiterhin viel Erfolg. Auf der Konnichi, danke dir. Dankeschön, dankeschön. Das vermutlich letzte Gespräch des heutigen Tages, das widmet sich einem jungen Mann. Du bist tatsächlich, glaube ich, von der Artist Alley der einzige Mann, den ich hier interviewt habe. Ja. Ähm, ich freue mich total auf das Gespräch, denn das, was sich hier gerade in der Hand hielt, das sieht extrem ansprechend aus. Und wir schauen mal, was jetzt passieren wird. Hallo, ich bin der Andy, und wer bist du? Ja, ich bin, äh, Andreas Zentay und bin unter der Künstlername Ray Henderson tätig. Ich, ich mache schon seit vielen Jahren, äh, Comics, ich komme aus Ungarn übrigens, ja. Und, äh, ja, da bin ich schon, also war ich schon vor 15, 15 Jahren ungefähr so, und schon, äh, tätig. Ähm, und bin nach Deutschland gezogen vor ein paar Jahren und, äh, habe angefangen, mein Comics, äh, auf Englisch hochzuladen im Internet. Ja, und jetzt habe ich, äh, angefangen auf Deutsch zu veröffentlichen, also mit der Hilfe von meinen Freunden. Ja, Mensch, mega. Ähm, du hast also in Ungarn selbst auch schon Comics gemacht und warst auch schon Veranstaltungen, ja? Ja, genau. Kannst du uns mal so ein bisschen von der ungarischen Comics-Szene erzählen? Was ist da so los? Was gibt es da für Veranstaltungen? Ist sie groß? Ist sie klein? Was interessiert die Leute da? Ja, also, äh, ich kann davon erzählen, was vor 14 Jahren da war. Äh, da war es tatsächlich noch nicht so groß. Ich würde sagen, so 15, 10, 15.000 Besucher wäre, äh, also war die größte Veranstaltung bei uns. Äh, das heißt Mondokon. Ähm, geht bis heute noch. Viermal jährlich, äh, findet das statt. Wow. Also, Herbst, Herbst, Winter, äh, Frühling und Sommer. Ähm, ja, äh, vor zehn Jahren war das noch nicht so ganz gut mit Artistry. Also, das war noch nicht so ganz bekannt. Jetzt, äh, jetzt hat es da auch schon angefangen. Läuft das ein bisschen besser. Ähm, ja. Und du hast heute hier auch jetzt eigenes Werk wieder mit dabei, mehrere Seiten. Erzähl mal, wie ist es, wie heißt es, worum geht's? Ja, also, das ist, äh, mein Comic, was, äh, seit 2019 läuft, äh, es heißt The Devil's Daughter. Und, ähm, es geht da um eine junge Hexe. Sie, sie entdeckt quasi ihre Kräfte. Und, ähm, ja, muss lernen, wie sie damit umgeht. Und, ähm, muss noch viel lernen über, ähm, von die Fähigkeiten. Ja, über ihre Fähigkeiten. Und, ähm, aus Versehen öffnet sie ein, äh, Tor zu jenseits. Und, äh, das ist eigentlich ihre Aufgabe, das zu, äh, schließen. Darum geht es da. Wenn du irgendein Genre festlegen müsstest, würdest du, keine Ahnung, Slice of Life, ähm, Coming of Age, Fantasy, was würdest du meinen, ist es? Also, das ist so eine Action-Fantasy. Bisschen Slice of Life, aber wegen, wegen, äh, Magic ist es da viel, viel Fantasy und sowas. Wie viele Seiten sind es? Wie lange hast du dann gearbeitet? Es ist gerade, äh, genau 100, 100 Seiten. Das, was ich dabei habe, ähm, zwei Kapiteln sind das. Ich kann das nicht so gut einschätzen. Ich habe damit mit 19 angefangen. Also, eben mit 19 angefangen, ähm, würde ich sagen, so zwei Kapitel, zwei, drei Monate dauert. Das ist mir ungefähr, also, ja, ungefähr zwei, drei Monate. Bis jetzt habe ich, äh, sieben Kapitel raus. Habe zwischendurch auch, äh, um, an vielen anderen Sachen gearbeitet, weil ich mache noch, äh, nebenbei Commissions und sowas, äh, Aufträge. Und da habe ich manchmal ein bisschen weniger Zeit, aber, äh, ja. Sieben Kapitel gibt es schon. Die sind dann vermutlich alle online und jetzt nicht ausgedruckt dabei. Wie viele sind jetzt in dem Buch drin? Ah, da sind ja zwei drin. Okay, zwei Stück halb. Und dann, die anderen Kapitel kommen die noch als Print? Ja, die kommen noch. Müssen noch, äh, auf Deutsch übersetzt werden. Und wir können das auch online irgendwo lesen, oder? Wo veröffentlicht du das? Äh, auf Tapas und Webtoon gibt es das auch. Ähm, ja, da läuft es, äh, auf Englisch einmal, einmal wöchentlich. Update ich immer. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss hier zu Konichi. Wie gefällt sie dir in diesem Jahr? Hast du vielleicht auch vergleicht zu anderen Veranstaltungen? Wie läuft's? Also, ich finde das sehr gut. Das ist meine erste dreitägige Veranstaltung jetzt hier in Deutschland. Habe, äh, damit in dieses, in dieses Jahr da bitte angefangen, wieder auf Konz zu gehen. Ähm, aber bis jetzt immer nur auf so eintägige Konz, so kurze. Und Konichi finde ich, äh, jetzt, äh, sehr cool. Hatten wir sehr viele Besucher und, äh, nette Gespräche. Waren immer dabei. Das, äh, hat mir sehr gut gefallen. Mega. Ich hoffe, dass eines dieser netten Gespräche auch eben das hier war. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg hier auf der Konichi. Danke dir. Ja, sehr gerne. Danke auch. Nun sprechen wir mit einer Frau, die hat gemeint, sie wäre immer offen für neue Sachen. Ob das wirklich so ist und ob das was Schräges ist, kriegen wir jetzt gemeinsam raus. Denn sie ist auch Mangaka, der sogar in Farbe daherkommt. Das haben wir auch nicht jeden Tag. Oder ist es ein Comic oder ist es das Selber? Wir kriegen das alles gemeinsam raus. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Äh, hi, ich bin Katja Otto, auch bekannt als Dragon Whisper. Hi. Dragon Whisper? Wo kommt der Name her? Ähm, ja, fangen wir damit an, dass meine Leidenschaft eben Sachen sind. Und es ist eine gute Frage. Also ich finde, Künstlernamen sich auszudenken, ist immer verdammt schwer. Und vor allem muss er sehr langlebig sein. Und man muss als Künstler den lange Zeit auch mögen. Und ja, woher kommt das Whisper? Also ich finde, dieses Geflüster, es hat dieses Mysteriöse. Und ich finde, es ist so ein Touch, was einfach Drachen mitgeben. Und das finde ich mega. Ja, geil. Das heißt also, Drachen sind dein Schwerpunkt, sagst du. Und Dragon Whisper ist ja auch genau das Gegenteil, was ich von Drachen einfach erwarten würde. Sehr interessant. Vielleicht magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen. Wann machst du denn schon Kunst in der Form? Und was gibt es denn so von dir? Ähm, ja, also angefangen hat es tatsächlich, dass ich in meinem Studium, ich habe Maschinenbau studiert, ähm, eine Hochschulgruppe besucht habe, die sich genannt hat, ähm, Art is Unknown. Das war ein Comic-Zeichen-Club. Und da hatten die erst angefangen und dann habe ich tatsächlich die Welt von Webtones, also Online-Mangas kennengelernt, die auch in Farbe sind. Und auch überhaupt Conventions, was, ähm, also einfach diese, diese ganz neue Welt. Ich habe Animes damals geguckt, die fand ich mega cool. Aber dass es echt so, äh, Conventions gibt, wo sich Leute verkleiden als ihre Lieblingscharaktere, dass es Künstler dort gibt und, ähm, Interviews mit bekannten Animes und Filmen und so. Das war alles komplett neu für mich. Das war so ein kleiner Kulturschock. Und das war mega cool. Und als ich dann eben Webtones kennengelernt habe, eben durch die Gruppe, hat es mir so sehr gefallen, dass ich damit selber angefangen habe. Und, ja, tatsächlich gab es dann einen Wettbewerb auf Webtones und den bin ich dann nachgegangen. Es war in der Klausuren quasi. Und, ja, also ich habe, glaube ich, angefangen mit, so fast teilweise täglich 13 Stunden zu zeichnen. Wow. Und nebenher noch für die Prüfungen zu lernen. Und das Überraschende war, dass es alles funktioniert hat einfach, weil ich quasi wirklich dafür gebrannt habe. Und da kam dann auch die Energie her, dass ich das alles irgendwie, ähm, gepackt habe. Und, ja, und da habe ich dann gemerkt, das ist ein Ding, das will ich wirklich fürs Leben irgendwie machen. Da gab es ja dann auch... Hast du aus dem Wettbewerb geworden? Nein, nein. Also das war ja einer meiner ersten Sachen. Ähm, Mangas Zeichnen überhaupt, ähm, das ganze digitale Zeichnen und so. Ähm, was mir sehr Freude brennt hat, war, dass es eben eine, das Hauptthema war eben, dass es etwas, also eine herzerwärmende Geschichte werden soll. Und das Thema, würde ich sagen, von dem Feedback, von den Lesern, was ich bekommen habe, den Punkt habe ich wirklich geschafft. Also ich habe, einige Menschen haben auch geschrieben, da sind Tränen geflossen von der Story. Ähm, die haben sich mega gefreut, die haben mitgetraut in der Geschichte. Und das war, das war etwas, was irgendwie, es ist ein ganz anderes Level an Komplimenten, die man bekommen kann, wenn man Menschen emotional damit berühren kann. Und auch wenn ich so darüber nachdenke, das ist echt so ein Gefühl, was ich selber bekomme, das ich nicht erklären kann. Und es ist einfach anders, wie wenn jemand sagt, deine Zeichnung ist schön. Sondern einfach, du gibst ein Gefühl mit, das die Leute irgendwie bewegt und auch verändern kann. Und das ist halt so, einfach nur so, da kann ich nur sagen, wow, einfach saugeil. Absoluter Wow-Moment. Und wo wir den kriegen, ist in Golden Dracontia, ist das richtig ausgesprochen? Erzähl mal, was ist es, worum geht's und woher kommt der Name? Wieder mal, die Frage habe ich eben schon gestellt, aber sie passt nochmal. Äh, ja, also es geht darum, dass der junge Wassertrachenprinz in die Welt der Drachen zurückkehrt. Und dass Golden Dracontia eben haben möchte oder sagen wir es mal so, Also er ist in der Menschenwelt mit seinem Meister unterwegs und sein Meister wird vergiftet. Und er liegt im Sterben und es gibt ein Heilmittel, eine Möglichkeit, ihn zu retten. Und das ist über den goldenen Drachenstein. Und das ist der Stein des ersten Drachenkönigs, der die Macht hat, eben ihn zu heilen. Und ja, er kehrt in die Drachenwelt zurück und dort ist es momentan so, dass der, ähm, es gibt keinen Drachenkönig und der muss gewählt werden. Und da, dazu gibt es eben drei Prüfungen, die die Drachen bestehen müssen, um König zu werden. Und einer davon beinhaltet diesen goldenen Drachenstein wieder zu finden. Also er ist nicht verschollen, er ist in der Prüfung, ähm, quasi versteckt. Und das Coole ist halt, dass die Prüfungen von den Drachengöttern, ähm, wie soll man das sagen, ähm. Was ganz Besonderes, wir wollen ja vielleicht noch nicht zu viel verraten von der Geschichte, nicht, dass es irgendwie einen Spoilt vielleicht sogar. Ähm, das ist ja der erste Band, richtig? Das heißt, es könnte noch weitergehen, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Es wird einen zweiten Band geben und dann wird die Geschichte abgeschlossen sein. Ich wollte es relativ kurz halten, aber auch nicht zu kurz. Es ist eh immer unheimlich schwierig, eine Kurzgeschichte rauszubringen. Und, ähm, genau. Also, was die Geschichte auf jeden Fall verspricht, ist Action, Fantasy, ähm, Drachen, Drachenmagie. Und, genau. Und das Ganze kommt auch in, äh, koloriert daher. Das ist ja nun wirklich nicht selbstverständlich. Und auch in Englisch sprach ich. Also, du lest das mal zum Kolorierten. Das muss ja mega der Aufwand sein. Warum diese Arbeit? Ja, tatsächlich, ähm, es fing schon damit an, dass ich die Designs für die Charaktere, ähm, sehr aufwendig gezeichnet habe. Und, ja, also, warum es farbig ist, weil ich es zuerst auf Webtoons veröffentlicht habe. Und da ist es halt eben überwiegend, sind es farbige Mangas. Und ich hatte auch, ganz am Anfang, hatte ich ein paar Episoden in Schwarz-Weiß gemacht. Und ich hatte das dann im Vergleich gesehen. Und es war, ich konnte es einfach nicht. Also, wenn, wenn du dann diese Elementar-Drachen hast, Feuer-Drache, Wasser-Drache, dann sehen die einfach nochmal viel, ähm, viel schöner aus, viel, ähm, mächtiger und, ähm, impulsanter. Mir fällt das Wort nicht ein. Beeindruckender. Ja, ähm, und es ist einfach mit der Farbe, das macht viel mehr aus. Vor allem gerade, wenn man die vier Elemente hat, dann, dann hast du einfach, dann passiert einfach viel mehr. Und auch gerade diese Effekte in der Magie an sich, das sieht einfach so viel schöner aus, wenn die Farben leuchten. Und, genau, deswegen, es muss einfach eine Farbe sein. Und damit ist eigentlich der zweite Punkt auch schon beantwortet, warum erst mal auf Englisch, ganz klar, weil es ja Webtoon erschienen ist und da ist problematisch, nicht nur deutsches. Ja, genau, weil am Anfang weiß ich halt eben nicht, wie das läuft. Also, ich muss aber auch sagen, dass es klar daran liegt, dass ich, wenn ich Mangas auf Deutsch lese, das tut mir ein bisschen weh. Also, einfach gewisse Sachen, das hört sich so viel cooler an auf Englisch. Und ich bin es auch ein Stück weit gewohnt, weil ich ja selber viele Webtoons lese. Und wenn ich das auf Deutsch machen müsste, das war so, dass einfach manche Sätze, wo ich mir denke, das geht nicht. Ich kann das nicht. Okay, dann vorletzte Frage. Gib mal zwei, drei Empfehlungen auf Webtoon raus. Was muss ich gelesen haben? Wenn du viel davon liest, kannst du bestimmt irgendwas empfehlen. Also, ich meine, als Drachen-Fan oder Fanatiker, je nachdem, wie man mich sieht, finde ich Drack Narrag mega, mega toll. Es ist eine mega geile Geschichte. Und den zweiten, den ich empfehlen kann, müsste ich überlegen. Ich glaube, das hieß Elsied. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auch eine Original Story. Geht auch viel um Kämpfen, aber halt in der quasi normalen Welt. Und nur mit Magie, die halt im Hintergrund herrscht und halt Menschen spezielle Fähigkeiten haben. Das finde ich auch mega cool. Sehr gut. Und dann aber wirklich die letzte Frage nochmal ganz kurz hier zur Konnichi selbst. Wie gefällt es dir in diesem Jahr? Wie sind deine Eindrücke? Lohnt es sich für dich hier zu sein? Wie ist das Publikum? Erzähl mal. Ja. Also, ich meine, dieses Jahr ist wirklich so das erste Mal, dass ich halt auf Conventions überhaupt gehe. Und ich habe das Jahr Connet ausgenutzt. Und deswegen so meine Eindrücke. Ich muss ehrlich sagen, ich bin bisher eher enttäuscht von der Konnichi. Dadurch, dass sie halt so riesig eigentlich auch ist, dachte ich, ich lerne viele mega coole Leute kennen. Natürlich mein Manga verkaufen und so, meine Produkte. Und da hat es mir teilweise echt gefehlt, auch diese Gespräche mit den Leuten, weil das sind ja teilweise auch wandelnde Kunstwerke. Und jeder hat was zu erzählen, seine eigene Geschichte. Und das macht eigentlich immer mega Spaß. Und hier sind die Leute eher durchgerannt. Und ja, das war dann schon so ein bisschen eher, du hast dich mit den Nachbarn unterhalten. Das war ganz nett. Aber ich hatte echt deutlich bessere Conventions gehabt. Im Gesamten auch. Deswegen, ich weiß es nicht, ob ich da jetzt, also vielleicht würde ich es dann, je nachdem, ich weiß nicht, wie es morgen wird. Es kann ja immer sein, dass es dann manchmal sich komplett rumdreht. Aber ja, im Vergleich zu den anderen Conventions fand ich es schon echt schade. Verstehe ungefähr, das sagen andere auch, dass sie sehr durchwachsene Erfahrungen gemacht haben. Vielen lieben Dank für deinen Zeitpunkt, für das nette Gespräch. Und vor allem dann mindestens morgen wahnsinnig viel Erfolg hier auf der Konnichi. Ciao. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mit mir zu reden. Und es hat mich sehr gefreut. Fand ich mega cool. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.